Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Outlast. Es wurde schon öfters sehr, sehr oft vorgeschlagen und ich wollte es auch schon lange, lange spielen und hatte dann aber immer irgendwie andere Projekte, die ich gerne machen wollte. Aber jetzt, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das Let's Play zu starten und ich will auch gar nicht lange rumreden. Ich denke, viele werden das Spiel kennen. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich werde es total blind spielen. Ich weiß, dass sehr viele und sehr gute Jumpscares drin vorkommen, deswegen schauen wir einfach mal und starten jetzt ein neues Spiel. Ich hatte ganz kurz mal hingeguckt, um die Einstellung vorzunehmen und gucken, wie ich recorde. Und wir spielen auf... Ich bin... Ich muss einfach auf normal spielen. Ist nicht schwieriger. Ne, normal. Ist gut. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Oh ja, danke. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Absherr, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Ja, das klingt doch super. Da du mit Vorliebe-Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen, äh, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machst, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheileanstalten Mount Massive aufzudecken. Mount Massive. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheileanstalten Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Klingt nach nem super Spiel. Und wenn du in der Nacht bist, dann sehen wir einige Well-Flying-Helicopteren neben Silverthorne und Letthorne. Es scheint, die Arab-Battlepark-Services werden für die Infestation von Box-Helderrugs zu verbreiten. Mount Massive Asylum. Und da sind wir auch schon angekommen in der Nervenheileanstalt. Wie wir sehen, äh, unschwer erkennen können an unserem Presseausweis, der da am Rückspiegel flattert, äh, sind wir natürlich ein Reporter. Ich hab's ja auch grad vorgelesen, hä. Joa, das Radio hat grad gesagt, dass so ein paar Fluchzeuge, Hubschrauber noch durch die Gegend fliegen. Das wäre aber alles total unberuhigend, äh, unbeängstigt, weil das, äh, sind Schädlingsbekämpfer. Ja, natürlich. Na, das machen wir schon. Okay, 17.7.2013. Von irgendwas mit Mute-Mail an Malzsuffer at Gmail. Oh, Gmail. Guck mal, der ist bei Gmail. Illegale Aktivitäten bei Merkow Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Merkow Psychiatric... Psych... Es ist ein schwieriges Wort. Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe ihn jetzt nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Merkow scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und wir sind jetzt der arme Idiot, der das jetzt aufdecken wird. Und was haben wir dafür? Ein paar Batterien. Eine Kamera. Was kann die Kamera? Wahrscheinlich Film. Ja. Film geht. Zoom. Funktioniert auch. Und Nachtsicht. Super. Ein Allround-Talent bin ich. Mit meiner Kamera. Voll der professionelle Filmemacher. So, ein Gewitterchen zieht auf. Das Haus sieht ja schon mal sehr nice aus. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Notizen N. Ist nichts drin. Und J. Der Informant. Okay. Das ist der Text, den wir schon hatten. Da finden wir also unsere Dokumente. Wir stehen jetzt hier am Eingang. Es leckt leicht. Ansonsten ist es eigentlich flüssig. Ich höre etwas am Zaun ruckeln. Hier ist alles gesperrt. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Ist gerade Sonnenuntergang. Huch. Oh. Man sollte am Tor vorbeigehen. Jetzt gucken wir mal. Da ist zugesperrt. Ich teste mal eben meine Kamera. Ja. Super. Funktioniert. Super. Drücke linke Maustaste, um meine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Bewege dich vorwärts oder rückwärts. Ich konnte es nicht so schnell lesen, aber ich habe es ja gerade schon mal angespielt. Deswegen weiß ich. Linke Maustaste vor oder zurück. So kann man langsam meine Tür aufmachen. Drücke rechte Maustaste, um einen Kenncaller bereit zu machen. Ereignisse aufnehmen, die deinen Notizblock und Einträgen zugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Okay. Damit können wir Ereignisse kriegen. Nervenheilandstadt Mount Massif. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilandstadt Mount Massif, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2000 Mauer 9 von Merkhoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunksnetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Na super. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merkhoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Oder mir. Hahaha. So. Notizen werden dann dazugefügt, wenn du deinen Camcorder bereit hältst, um Ereignisse aufzunehmen. Okay. Wir müssen also viel filmen, damit wir viele tolle Notizbucheinträge... Ach, warte mal. Ich glaube, hier ist der Eingang. Okay. Ist doch ab und zu ein bisschen am Längen hier. Okay. Warum stehen hier Militärfahrzeuge? Das ist strange. Schalterumstand links gedrückt, um zu rennen. Rennen. Ganz wichtig, um zu flüchten. Mount Massive. Eingang. Wer wohnt denn hier? Vier Klingeln. Vier Leute. Der Arzt. Der Chefarzt. Ne. Der Chefarzt. Der Arzt. Und zwei Helfer. Hallo. Hallo. Keiner da? Ist vielleicht auch nicht so schlau, den Vordereingang zu nehmen. Nicht wirklich. So, dann gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall Licht. Irgendjemand ist da. Das ist schön. Gucken wir mal ein bisschen, wie wir jetzt da reinkommen. Hier ist auch abgesperrt. Was haben wir denn da so? Nichts. 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 Da ist noch ein Tor. Vielleicht kommen wir ja da rein. Wir machen mal ein bisschen Beeilung. Ne, ist auch abgesperrt. Ist nur nicht mal... Ist gar nichts. Eine Tür beleuchtet. Okay, beleuchtet ist ja eigentlich immer gut. Ich mag ja nichts, wenn es dunkel ist. Okay. Tja, wir kommen leider nicht rein. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Hat Spaß gemacht, das Spiel mit euch zu spielen. Nein. Scherz. Wir müssen natürlich irgendwie da reinkommen. Wir müssen ja rausfinden. Wir müssen unser Leben riskieren, was in diesem wunderbaren Haus passiert. Wir müssen das einfach rausfinden. So. Da ist noch ein Tor. Vielleicht kommen wir ja da rein. Ach. Haha. Guck mal. C gedrückt halten, um die in die Hocke zu gehen. Ja, und ich habe mir das Ducken wieder auf C gelegt, weil ich bin einfach kein Steuerung links gespeichert. Steuerung links Mensch. Ich bin einfach der C Mensch zum Ducken. Ich weiß nicht. Das ist... Seit Half-Life habe ich mir das so angewöhnt. Jetzt hör mal auf zu lecken hier, du Scheißspiel. Oder Aufnahmeprogramm. Was auch immer. Okay, da ist zu. Was können wir denn... Ah. Ne, doch nicht. Ich dachte gerade, die Legs wären weg. Das ist bisher das Gruseligste an dem Spiel. Ah, wenn der Kammelkorn einlässt, kannst du mit dem Mausrad nach oben und dem Mausrad nach unten hinein und herauszoomen. Aha, aha. Ja, das habe ich auch schon ausprobiert und da ist ein Fenster kaputt. Deswegen auch dieser riesige Gerüstaufbau, weil man dieses Fenster reparieren musste. Deswegen geht das auch einmal um die Ecke. Die Fassade wird ja scheinbar nicht damit neu gemacht. Okay, wir gehen einfach auf die Leiter zu. Ich dachte irgendwie... Benutzendrücken oder so. Musik. Drücke Leertaste, um dich während du vorwärts bewegst, über einen Grund zu springen. Hops. Okay. Drücke Leertaste, um nach oben zu springen. Okay, und hochziehen. Einmal nach vorne wieder. So, jetzt ein kleiner Balanceakt. Und das Spiel gefällt mir schon mal sehr gut, weil ich direkt... Direkt am Anfang jetzt die Super Mario-Einlagen hier abliefern muss. Das freut mich dann. Das war es dann bestimmt fürs Spiel. So, und wir sind... Im Dunkeln. Drücke F, während die Kamera bereits hält, um das Nachtsicht auf deinem Campcorder einzuschalten. Beachte, dass dieses Nachtsichtgerät deine Batterien verbraucht. Setze es überlegt ein. Okay. Also hier auch wieder Batterie sparen. Nachtsicht nur im Notfall. Drücke linke Maustaste zum Öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Gehen wir mal ganz leise rein. Ich glaube, wir konnten auch lehnen. Was ist denn hier für eine Scheiße? Okay, da geht es schon blutig los. Das freut ja mein Herz. Mein Herz. Oh. Pastor Funk ist auch hier. Okay. Und er macht's wie Pastor Nolte. Und er macht's wie er wollte. Okay, das ist gut. Fernseher! Halt die Fresse! So, die Tür machen wir jetzt mal laut auf. Linke Maustaste zum Schließen. Und... Okay. Schließen sollten wir wirklich nur im Notfall. Bewege dich in Richtung der engen Stellen, um dich hindurch zu zwängen. Oh, enge Stellen. Aber wir können links und rechts gucken. Okay. Hier ist noch ein Raum. Eine Batterie. Batterie benötigst du für das Infrarotlicht eines Chemcollars. Du kannst die Batterien wechseln, indem du Air drückst. Okay. Hier hat einer sich wirklich kreativ ausgelebt. Linke Maustaste öffnen, halten. Linke Maustaste gedrückt. Telefon. Linke Maustaste und Dokumenten zu nehmen. Okay. Gesammelte Argumente werden in deinem Notizblock, Tabulator, Aktor besiegt. Markov P-Systems. Projekt Valrida. Mount Massif Co. Fall Nummer 174. Patienteninitial im WBH Billy. 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Schlechtmännlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulationen. Akkumulationen. Achso. Hämatro... Hämatro... Hämat... Hämatokrit... Zentrifugierung zur Trennung von Irythrozyten erneut fehlgeschlagen. Nein. Scheiße. Höchst besorgniserregend. MAI ergab arithmetisches RIM-NR-RIM-Zyklen. Lachen in NREM-Phasen. Oh, da geht's noch weiter. Bemerkung. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies bedeutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billigs Betreuung habe er die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden. Um biometrische Daten zu einer Analyse zu erhalten. Ja, Kopf, Sicherheitssystem, ähm, mhm. Mount Massive Co. Okay. Wir folgen den Spuren der Vertrauenserweckenden. Den vertrauenserweckenden Spuren. Hallo? Er will nicht. Please avoid contamination. Wash your hands. Oh! Da stand gerade Text, der ist mir gar nicht, äh... Ah ja, springe mit Leertaste, um den Luftschacht zu erreichen. Ist das ein Blinddarm? Hat sich noch jemand schnell einen Darm reingezogen mit einer Coke? Think before you're trash. Okay. Oh, sind die Spuren von mir? Ja, eben testen. Geil! Geil! Painted red. Lolo, lo, 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 lo. Wie lange halten die denn? Ich mache ja jetzt alles voll. Vielleicht verschwinden sie auch wieder nach einer Zeit. So, sieht ja schon viel angenehmer der Raum aus. Geht nichts wie rein hier. Äh... Zack. Okay. Okay, die Lade jetzt nicht weiter. Die Atmung wird schwerer. Ein Konferenzraum oder so. Hier könnte man echt mal wieder drin sauber machen. Der sah aber nicht so freundlich aus. Okay. Nur hier geht's raus. Hopps. Hier ist zugestellt. Es ist zugestellt. Du brauchst nicht an der scheiß Tür zu rütteln. Was haben wir denn da? Chapel, Reconation, Hall, Library, Hobby. Hobby. Okay. Library. Fuck. Okay. Okay. Will ich dieses Spiel wirklich spielen? Ich hab's mir gerade anders überlegt. Too many jumpscares. Oh. Immer diese kopflose Literatur. Jetzt mal ehrlich. Scheiße. Oh. 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 Gut abgehangen. Alter, wenn hier gleich irgendwas kommt und mir ins Gesicht springt, dann schreie ich. Warum haben die alle keine Köpfe? Was? Wer steht da? Ach du. Scheiße. Das war das. Oh. Oh. The Waris. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors. From security and control. Ah. Okay, wir müssen hier raus. Ach, da sind die Köpfe. Holy shit. Holy shit. Da hab ich wohl das Spielzimmer von einem erwischt, wa? Ah, ein Tor so. Oh, schon die Batterien leer. Ja, ja, ich sollte es ja nur, ich sollte es ja nur... Ach du Scheiße, im Notfall benutzen. Hier sollten wir jetzt ganz leise sein. Okay. Drücke, linke Maus, lass uns... Das sieht schon geil aus. Was ist denn das für eine Grafik-Engine? Ich weiß es gar nicht. Das ist cool, dass der jetzt so Panik-Attacken kriegt und so. Das erinnert mich sehr an Call of Cthulhu, eines der besten Horror-Spiele überhaupt, die ich auch schon längst mal spielen wollte. Warum gehe ich hier rein? Ich will da nicht rein. Aber ich muss so nötig. Oh, jetzt wieder Blutschiss am Start. Das war auch eine schwere Geburt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ja. Wieder ausmachen. Drei Batterien hab ich ja noch. Da geht's nach A205. Hier ist zu. Da ist zu. Da kommen wir durch. Jetzt guck ich mal eben, ob wir da hinten reinkommen. Das sind aber echt alles nette Herren, die hier arbeiten. Hier möchte ich auch gerne betreut werden. Okay, da ist zu. Da ist natürlich auch zu. Ich hätte es wissen müssen. Oh, hier ist wieder so ein enger Gang. Oh, hier ist der. Der Pastor. Proclaim the Gospel. Neues Ziel. Flieh aus der Nervenanhaltszeit. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu nutzen. Deine Ziele werden immer wieder aktualisiert. Okay, alles klar. Ich würde sagen... Scheiße. Wie wir hier rauskommen, das gucken wir uns dann mal im nächsten Teil an. Und ich werde dann mal auch versuchen, ein anderes Aufnahmeprogramm zu nehmen, was nicht so doll leckt. Ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland. Zurück in der Irrenanstalt. Wir müssen jetzt eine Keycard finden. Um hier wieder aus diesem tollen Appartement des Horrors der Leichenschändung wieder rauszukommen. Was haben die mit den Köpfen? Warum, verdammt? Warum machen die die Köpfe ab? Was soll der kranke Scheiß? Ich meine, so ein bisschen Blut ist ja nice, aber... Aber Köpfe halt. Warum? Und warum die Fußspur? Ich weiß nicht. Gut. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Ich hoffe... Der ist wirklich tot, der Fachmann. Bist du wirklich tot, mein Freund? Gesichter des Todes. Okay. Ah, eine Map. Wieder was zu lesen. Schön, schön, schön. Äh... Journal, glaube ich, muss ich... Ja, eine Merkauf-Corp. Abteilung, Vereinigte, Staaten, Vollzugs... Vollziehungsbefehl. Fall Nummer 92 irgendwas. Betreffen den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massif. Merkauf Psychiatric Systems. Mount Massif... Ich glaube, ich lese nicht immer hier diese, wo das hingeht. Vielleicht nur mal so im Stillen, aber ansonsten lese ich jetzt einfach den Text weiter. Eidesstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Merkauf-Hardline-Security-MHS geliefert. Der Grund zur folgenden Annahme hat katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten sie und alle Lebenden an Verwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Merkauf-Korp oder ihre Tochter unternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Mann, ich mag dieses Beamten-Deutsch nicht. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die ganze... Wofür die Kamera überhaupt ist? Ob wir die ganze Zeit filmen müssen? Wir können auf jeden Fall nicht hier raus. Gut, wo müssen wir denn hin? Da ist auf jeden Fall schon mal... So, hier ist der Serverraum oder... Nee. Viele Computer auf jeden Fall. Was haben wir hier? Oh ja, dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Noch eine Toilette. Eine Batterie! Ah, okay. Hat sich das ja gelohnt, mal ins Dunkel zu gucken. So, machen wir so. Wieder aus. So, hier kommen wir natürlich nicht raus. Es ist natürlich rot, wie wir sehen. Wir sind eingesperrt. Hier ist auch noch eine Toilette. Ein Funkgerät. Das ich leider nicht nehmen kann. Auch den Kopf weg. Ich weiß gar nicht, ob wir alles hier absuchen müssen. Ich gehe einfach durch den Schornstein raus. Ah, schade. Passe ich nicht durch. Zu fett. Der Winterspeck. Gut. Darmentoilette ist zu. Hier... Gibt es auch nichts mehr. Okay, dann... Voida im Text. Ah, hier kommt man rein. Okay, das ist ein Weg. Hier hinten ist aber noch eine Treppe, habe ich gesehen. Okay, der lebt noch. Er zuckt noch. Ah! Ein Aufzug. Hallo, liebe Ginger. Vielen Dank für den Tipp, dass ich mal auf den Aufzug drücken soll. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich hoffe, kein Jumpscare. Okay. Warum fällt der runter, wenn man den Knopf drückt? Er wollte Aufzug spielen. Kann ich den irgendwie da die Treppe runterschieben? Kann ich mich reinsetzen und in der Treppe runter... Na, ich... Ich gehe erstmal runter. Runter ist immer gut. Runter in den Keller. Okay. Eine Tür. Yeah. Wir brauchen einen Klempner. Wir brauchen einen Hausmeister. Warte mal, hier kann man auch hin. Hier kann man nicht hin. Schade. Okay. Strom. Okay. Strom. Brauche ich Strom für den Aufzug? Da ist auf jeden Fall was. Aber da kommen wir scheinbar nicht oder noch nicht rein. Okay. Gehen wir mal zurück. Ach, die Bilder hier. Peacefully. Peacefully, peacefully. Ist das die Anstalt? Sieht so aus, ja? Ist noch ein Bild. Das gucke ich mir auch an. Auch nochmal Anstalt. Okay. Können wir... Achso. Vielleicht können wir hier rein. Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt... Das wäre zu einfach gewesen. So, was haben wir denn hier? Floor 1, Security Room, Electric Room, Library, Recreation Hall, Cafeteria und Chapel. Ach nee, warte mal. Das geht rechts. Runter ist Electric Room. Klar, hoch ist Library. Da waren wir ja schon. Hoch ist auch der Recreation Hall, Cafeteria und Chapel. Okay, Security Room. Ich glaube, wir müssen in den Security Room. Aber vorher wollte ich nochmal eben hier in dem Computerraum gucken. Vielleicht finden die ja noch Batterien oder sowas. Batterien. Die Computer können wir nicht benutzen, ne? Ne, 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 ne. No, no. 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 Oh! Oh, noch einer. Die liegen aber auch wirklich überall rum. Vielleicht gibt es ja noch Batterien hier irgendwo. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder von der Pflanze erschreckt hier. Kakobello. Kakobello. Hm. Okay, okay, okay. Außer Spesen nix gewesen. Hier liegt auch nichts. Wie spät ist es mittlerweile? Fünf nach neun. Okay. Hier sind wir im Archiv. Da ist noch was. Was stand da? Ach, linke Maus, das ist um zuzumachen. Und ich mache hier schon wieder den ganzen Teppich dreckig. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich wirklich. Kann man hier irgendwie irgendwas aufmachen? Irgendwas anklicken? Okay. Ist wohl doch nicht so das Adventure. Ich kriege schon wieder die Schnappatmung. Was soll das denn hier? Achso, wir sind jetzt... Okay. Hallo, mein Freund. Na, alles klar? Voldemort? Oh, was haben sie mit deinem Mund gemacht, mein Freund? Du bleibst da mal schön sitzen, ne? Alles cool. Kannst mal ein bisschen was auf den Rippen kriegen. Tschö. Okay, die scheinen friedlich zu sein, die Insassen hier. Ah. Na, was guckt da? Shopping Queen. Guten Tag, ich bin RTL-Reporter. Ah. Ein Journal. Ein Journal. Äh, ein Journal. Ein Journal. Zurück. Das hatten wir schon. Da gab es nur noch was anderes. Achso. Ich bin drin, hatte ich schon. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starren auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt. Was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay, besser eine Hülle als ein Jumpscare. Oh, der sieht ja, der sieht ja mal krass. Ach, du Scheiße. Alter, das Monster-Design ist ja mal... Was hast du im Gesicht? Okay. Freunde, bleibt einfach da wohl seid. Tut ihm mit dem gefallen. Okay, ich schätze mal, wir müssen hier raus. Achso, da war zu. Und die Musik dabei. Exit. Exit ist immer gut. Natürlich zu. Wie kann es nur anders sein? Okay, du bist auch noch da. Es wäre gruselig gewesen, wenn du jetzt weg gewesen wärst, mein Freund. Ein Glück bist du hier. Linke Maustaste zum Öffnen. Ja, ja, klar. Hey. Aber du bist schon tot, ne? Immer hinter den Türen gucken. Draußen stürmt es nun. Das Gewitter ist scheinbar da. Da leuchtet was. Schlüsselkarte für die Sicherheitsterminal zu nehmen. Okay, Sicher... Ah, Sicherheitsterminal. Da müssen wir bestimmt jetzt in den Security-Raum. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Notizblock war hier. Notizen oder war es im Journal? Warte mal, dann haben wir noch das hier. Ah ja, Notizen, Dokumenten. Ah da, Inventar, Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Super, okay. Ziel, fliehe aus der Nervenhaie ansteigen. Alles klar. Gut. Hier gibt es sonst, glaube ich, nichts mehr. Ein weiterer Kamin. Aber auch hier bin ich zu fett. Tja. Vier von zehn Batterien. Okay, zehn kann ich nur aufnehmen. Er sitzt immer noch da. Das ist gut. Aber wenn jetzt die Fernsehguys weg sind, dann... Eins, zwei, drei. Okay. Alle noch da. Schön da bleiben, ne? Schön. Ah. Okay. Ich lasse euch mal alleine. Okay, mein Freund. Zack, die Pflanze ist umgekippt. Was? Holy shit. Genau, wir nehmen alles auf. Alles okay mit dir, mein Freund? You can't wake me. You can't wake me. Naja, irgendwas mit Traumexperimenten, wa? Oh, Klopapier. Soll ich dir ein paar Taschentücher geben? Ich hab hier Klopapier. Okay. Ist gut. Ist gut. Ich hasse, ich hasse, ich hasse das Wege zurückzugehen. Aber hier ist natürlich auch zu. Was soll denn der Scheiß? Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, in welche Richtung das Game so ungefähr geht. Ihr Leichen seid ja alle tot. Ihr bleibt bitte. Alle liegen. Alle. Alle. So, sonst war ich, glaube ich, überall. Proclaim the... The Gospel. Hm. Okay, das heißt, hoch kommen wir nicht, runter kommen wir nicht. Da sind wir gewesen. Dann bleibt nur noch hier. Oh, hier irgendwas Großes hat aber auch die Tür rausgerissen. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Q oder E gedrückt hältst. Im Laufen. Okay. Heißt das, ich muss rennen? Okay. Sind die verwandt? Der? Und der? Die sehen sich ziemlich ähnlich, oder? Okay. Ach, hier liegen auch wieder menschliche... Gehen wir jetzt erst aufs Klo. Ich glaube, ich scheiß mir erst hier in die Hose. Ich mach mal eben sauber. Moment. Oh, Witness. Zeuge. Okay, du lebst nicht mehr. Ui, ei. Und wieder eine Hand. Und ein Kopf. Jups. Okay. Haben wir das auch? Leider nichts. Oh, doch. Eine Notiz. Ich bin schon zu Togel geprügelt worden. Habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit seiner Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher als sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass der Priester das für mich und meinen Wohl tut. Okay. Aber das Game ist ja echt mal nice designed so. Okay. Noch einer. Die sind tot. Ah, hier gibt es eine. Boah, mein Schatten. Es lohnt sich also doch überall nachzugucken. Ist die Tür jetzt zugegangen? Werde ich etwa dafür bestraft, wenn ich entdecke? Das sieht mir doch nach Security-Raum aus. Okay. Ups. Nein. Ich dachte, ich könnte die Tür wieder abschließen. Nice. Okay. Das da Tü leuchtet, das heißt... They lie. Wer lügt? Mittlerweile... Oh, cool. Geht die Uhr etwa in Echtzeit? Ich meine, der nimmt ja auch in Echtzeit auf, ne? Gott, hör auf zu stöhnen. Das... Komm, drück die Tastatur. So, C-Windows-Format-C. Der Pastor. Okay. Starte den Generator im Keller neu. Verstecke dich im Schrank. Versuche nicht zu kämpfen. Okay. Ich hoffe, ich habe ihn... Look out. Okay. Ich bleib einfach hier im Schrank. Ich hoffe, er ist weg. Ich hoffe, er ist weg. Er sagte ja, geh in den Keller. Nicht... Er sagte nicht, geh in diesen Raum. Wir müssen bestimmt wieder kommen. Deswegen gehen wir jetzt einfach in den Keller. Er ist ja nach links gegangen. Oh, mein Schatten wieder. Oh, Gott. Warum ist hier Licht an? Ach, der Keller ist auf. Sehr erfreulich. Sehr erfreulich. Aber er ist natürlich auch dunkel. Was so ein Keller so an sich hat. Gehst du? Was haben wir denn in den Storage-Room? Electric-Room. Wir müssen also in die Richtung. Was haben wir hier? Eine Map. Okay. Wieder was zu lesen. Akte. Anakte. Betreff. Hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 54. Am Mittwoch, den 10. Februar 54, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 der Mount Massive Preserve in Colorado mit folgender Testversion fortgesetzt. Test gekürzt. Es wurde eine Post-Hypnose der vorangegangenen Nacht, in Klammern Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen, hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen, hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie in einer in der Nähe befindlichen Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern wurde, Miss Jackson zu töten, in Anführungszeichen, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall verhebend ab. Okay, also wird hier irgendwie mit Hypnose gearbeitet oder sowas? Ich... Kacke, warum ist das denn so dunkel hier? Es ist zu dunkel. Ach, das ist eine Cola-Dose. Ich dachte, das wäre ein... Ich dachte, das wäre eine Batterie. Drücke Leertaste, während du auf der Niederlandes zuwägst, um darüber hinwegzuspringen. Natürlich. Was? Gab es ein Update? Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einem Ex-Militärpolizisten, der malmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Okay. Oh, hier hängen auch wieder welche rum. Das ist bestimmt die Konsole. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator zu starten. Ach, warum muss man denn schon wieder irgendwelche Pumpen anmachen? Wo sind die Gaspumpen? Ich hoffe, hier. Nein. Durch die Tür? Nein. Wahrscheinlich doch. Ja. Drei Türen. Gucken wir mal hier. Ist zu. Okay. Dann nehmen wir die. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen, machen wir jetzt einen kleinen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück im Keller. Wir müssen die Gaspumpen einschalten und müssen jetzt vermutlich durch diese Tür. Meine Batterie ist auch fast leer hier. Ja, das sieht mir doch nach Gaspumpe aus. Ich sehe fast mit. Ohne Nachtsichtgerät sehe ich fast mehr als mit. Zack. Gaspumpe an. Nummer uno. Ich glaube, ich muss mal eben... Ich glaube, ich muss mich beeilen. Achso, die ist an. Warte mal. Fuck it! Oha. Scheiße, ich will hier weg. Ich muss doch die andere Gaspumpe anmachen. Zack. Wo soll ich denn jetzt hin, verdammt? Hier ist kein Schrank zu verstecken. Ich bin, glaube ich, gleich tot. Ich hau einfach mal hier ab. Okay. Wo sind wir jetzt wieder? Ach, wir sind noch im Keller. Okay, wir sind wieder hier. Gut. Dann müssen wir uns diesmal vielleicht ein bisschen beeilen. Der kommt dann nämlich sonst gleich da raus, schätze ich. Aber wo soll ich mich denn hier verstecken? Ich habe keine Ahnung. Ich war doch schon in der Ecke. Ich beeile mich jetzt einfach mal ein bisschen. Und hoffe, dass das vielleicht ausreicht. Dass ich genug Zeit habe. Oha. Wo ist er? Okay, er geht da lang. Er geht da lang. Okay. Noch ist nix grün. Wo ist er denn? Er rennt da rum. Okay. Ich versuche es einfach mal anzuschalten. Ich habe doch die Gaspumpen eingeschaltet. Mainbreaker. Wo ist er denn jetzt? Wo ist der Mainbreaker? Vielleicht hier hinten irgendwo. Gucken wir einfach mal hier. Oh, eine Batterie. Wo ist der Mainbreaker? Hier schon mal nicht. Ah, warte mal. Da sind Schränke. Schränke, Schränke, Schränke. Okay. Ah, verstehe. Verstehe. Okay. Verstehe. Okay, ja. Geh einfach mal. Hier muss doch irgendwo... der Schalter sein. Vielleicht hier hinten? Irgendwo hier. Wo ist der Schalter? Hier gibt es auch noch was? Hier gibt es auch noch was? Eben nachladen. Okay, ist gerade so verdammt orientierungslos hier. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das sieht aber nach mehr... Ah, da ist er ja. Ich denke, das ist er. Hier sind auch noch Schränke. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass der Typ nicht in der Nähe ist. Ansonsten müssen wir wieder in den Schrank gehen. Ohohoho. Er kommt. Okay, er kommt. Kommt er hier drüber? Er kommt hier drüber. Ich muss... Ich muss... Wo ist der? Okay. Komm, geh einfach weiter. Okay. Ja, genau. Nur ein Geist. Geh weiter. Okay. Wo ist er weg? Ich hoffe, er ist weg. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel für mich ist. So, ich möchte jetzt wieder irgendwie in die Hauptteile zurück. Ach, jetzt ist schon wieder das scheiß Ding leer hier. Ist aber auch schnell leer. Da ist zu. Okay. Wer kommt nicht bis hier hin? Nein, bleib doch stehen. Okay. Eine Mieze Katze. Ich hoffe, ich finde genug Batterien in diesem Spiel. Sonst ist es irgendwann ein Ende hier. Okay. Okay. Okay, ganz schnell zum Hauptschalter. Und dann nichts wie weg hier. Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Aber sowas von. Aber sowas von. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich lang muss. Aber ich musste doch da lang. Oder musste ich hier lang? Hier lang musste ich. Hier lang. Das ist der Weg. Ah ne, da ist falsch. Hier und dann. Auch da durch den Spalt. Alles klar. Alles klar. Okay. Jetzt hoffe ich, dass wir sicher irgendwie zum Sicherungsgasten wieder kommen. Sei doch leise. Okay. Nicht zieh raus hier. Aber es würde mich wundern, wenn das jetzt das Ende wäre. Oh. Oh. Das Evangelium akzeptieren und alle Türen werden sich öffnen? Okay. Na super. Ich bin in der Zelle eingesperrt. Meine Kamera. Ah, meine Kamera ist noch da. Okay. Vergiss nicht, dass deine Notizen und Notizen dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Campcaller bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Das habe ich ja jetzt getan. Rest in Peace. Rest in Pieces. Okay. Notizen. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hergebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge. Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe und Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Okay. Okay. Scheibenbar sind wir jetzt in diesem Was machst du denn da? Lass das! Ich hoffe, hier ist Alter, was machst du denn da? Oh Gott, oh Mann, oh Ja, so kann man auch die Watt streichen Schön jeden Pfosten machen, okay? Alles klar Ich will nicht, dass irgendwas ausgelassen wird Schreie Hi Hallo Alles klar, okay Hi Was liegt denn da? Ein Dickdarm Er hat gesagt, ich soll nicht tun Er hat gesagt, aber wenn die Katze aus dem Haus ist Ach, die Katze Ist das alles, weil ihr euch eure Körper immer hier irgendwo Gegenkloppt? Alter, was Ich Ne, ich will es gar nicht wissen Komm Ich will es gar nicht mehr Ich will es gar nicht mehr Ich will es gar nicht mehr Wer ist das? Vielleicht ist der Vater Martin Vielleicht Vielleicht Er sieht nervös Aber immerhin höflich. Gott zeigt immer einen Weg. Folge dem Blut. Tja, vielleicht habe ich das ja. Okay, ist gut. Ich lasse dich ja schon. Immer auf der Suche nach Batterien. Und offenen Türen. Hi. Billy. Der erste Patient, wa? Okay. Billy, der erste Patient, haben wir vorhin gelesen. Alter. Ja, ist gut. Komm, einmal auch aufs Video. Fürs Familienalbum. Gut. Was haben wir denn noch so hier für Türen? Oh, da liegt einer. Hi. Drücke linke Maus, das zu verstecken. Ach, guck mal. Ich kann doch unter das Bett. Gut zu wissen. Okay. Aber hier tut mir ja nichts. Vorerst. Da ist ein Spalt. Okay. Ich setze mal, da müssen wir hin. Zu. Natürlich. Natürlich zu. Okay. Hier ist auch nichts. Gut. Das heißt, unser Weg ist mal wieder durch den Spalt. Welcher war hier? Und ich würde sagen, das schauen wir uns da... Was? Okay. Den Spalt erkunden wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. In der Anstalt, wie man sehen kann, wir zerbrechen uns ein bisschen den Kopf, was wir denn jetzt machen können. Und in der letzten Folge hatten wir hier diesen Spalt entdeckt. Und ich vermute... Hallo? Ich vermute mal, dass wir... Dass wir da jetzt durch diesen Spalt müssen, weil das ist der einzige Weg hier raus. So. Und wir machen wieder unsere Kamera an. Hier ist natürlich wieder dunkel wie im Hühnerpopo. Hier kommen wir hoch. Hoppsa. Oh. Fuck. Sei dich. Sei dich. Was? Was? What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko. Hahaha. It's sick. You're sick. Hahaha. Okay. Ja, ich bin krank. Erzähl mir doch mehr. Oh man. Du hast da was am Kopf, Kollege. Scheiße. Okay. Aber Hauptsache immer das Klopapier dabei. Das ist ganz wichtig, ne? Zum Mund abwischen. Also, sonst noch guten Appetit und äh... Okay, da hinten ist wieder hell. Ich weiß, ehrlich gesagt, jetzt... Okay. Er will was von mir. Ist natürlich zu. Was willst du denn? Wo ist der Wachmann? Okay. Du bist einfach nur tot. Alles klar. Bleib mal da, wo du bist. Wir sind immer noch in Zellentrack B. Noch mehr tote Wachmänner. Ah, warte mal. Hier stand doch der... Ach, der hat uns nicht gerufen. Okay, bewege dich zu einer Kante, um dich noch mal festzuhalten. Das heißt, das müsste unser Weg sein. Ich will jetzt mal eben hier noch gucken, aber ich denke, da ist auch zu. Naturlich. So. Das heißt, hier müssen wir her. Oh great. So was lieb ich ja. Hauptsache, wir filmen alles. Das ist immer gut. 20 Minuten schon gefilmt. Aber hier hat noch Speicherkarte frei. Hier waren noch diese komischen, die mich essen wollten. Wo sind die denn hin? Was? Was hast du denn für mich? Soll ich nochmal zurückkommen? Ja, ja. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt weiter. Hier war doch irgendein... Da, hier. God always provides a way. Follow the blood. Okay, ich würde sagen, wir müssen dem Blut folgen. Ach, hier kann man nicht raus. Das war die... Ach nee, da war die Naschkatze hier. Ja, da steht er auch noch. Okay. Follow the blood. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Okay, das sollte doch machbar sein. Was? Ich hoffe, das ist nur Ident... Äh... Desinfektion. Okay. Gut. Und wie immer unter der Treppe... Gucken. Wer hat denn den da hingestellt? Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist eh zu. Never drink? Wolken wir einfach mal dem Blut. Hey. Durch den Abfluss mit dem Blut, hat er gesagt. Was? Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Aber nach unten kommen wir ja nicht. Wir kommen ja von unten. Down the drain. Down the drain. Down the drain. Down the drain. Ist gut, Junge. Eine Akte. Wieder was zu lesen. Äh... Journal. Bla. Von... Äh... Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzählt. Fingermalerei mit Blut oder was? Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektiven Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn, äh, lassen Sie ihn, äh, lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Klozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Merkauf möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Okay. Down the drain. Da ist eh zu. Upsa. Aber das Blatt sagt ja hier lang. Aber hier ist zu. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Okay. Muss ich jetzt da lang? Muss ich da lang? Okay. Hier kann ich, hier kann ich nichts machen, ne? Hier kann ich auch nichts machen. Unterm Bett kann ich mich natürlich verstecken. Ich dachte, hier finde ich eine Batterie oder sowas. Hm. Gucken wir mal eben hier. Ich hoffe, Neugier wird nicht wieder bestraft. Hier sind wieder Schränke. Wo ich mich theoretisch verstecken könnte. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Gut, gut, gut. Dann ist ja der einzige Weg hier über den Tisch. Blut ist hier irgendwie auch. Follow the blood. Oh. Hi. Alles klar? Machst du auch Fingerfarbe? Ah, hier ist wieder der Vater, die Bilder. Okay. Schränke. Schränke zum Verstecken. Tür zu. Bist du noch da? Gut. Kurz nach neun. Hi. Okay. Sonst alles cool? Gibt's hier ne Akte oder irgendwas für mich? Ich verpisse mich einfach. Hier ist noch ne Tür. Die hab ich ganz übersehen. Warum kann ich ihn nicht einfach eins mit dem Feuerlöscherband jetzt ziehen? Das wär doch jetzt die Lösung. Okay, wo müssen wir denn jetzt lang? Er darf uns also nicht entdecken. Kommt da? Bin ich hier richtig? Ich höre immer noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder rausgehen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in diesen Security-Raum müssen. Ich vermute schon. Ah, da ist er. Ja, sehr gut. Verpiss dich einfach. Ich denke... Oh, ja. Ich denke, das könnte so funktionieren. Hier kommt doch mal rein. Gibt's doch bestimmt auch noch irgendwas. Batterie. Ich glaube, das war's. Sonst noch irgendwas. Dokument oder so? Da ist mal nur der Rechner. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Sonst haben wir ein Problem. Oh, die Tür ist eingetreten. Okay, was können wir... Wir können hier einen Schalter drücken. Follow the blood. Okay, wir müssen wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal gucken, nicht dass der wiederkommt. Der kommt dann nämlich schon. Ich glaube, die Strategie ist ganz gut. Hoffe ich zumindest. Und der kommt auch schon. Okay. Glück gehabt wieder. Wie werden wir den denn dann los auf dem Weg? Weg ist er. Da verpisst er sich. Er kommt wieder. Okay. Nehmen wir wieder den. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Oh, er kommt wieder. Ich könnte... Scheiße. 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 Okay. Das heißt, wir können da in diesen Security-Raum jetzt rein. Der vorher zu war. Hier krieg ich mal. Ich weiß nicht, ob wir... Boah. Hat der uns gesehen? Warum geht denn der rein? Ich... Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wir können jetzt hier rein. Okay. Schade, ich wollte noch in den Security-Raum rein. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Ich will noch mal zurück gerne. Schade, geht nicht. Habe ich es mir selber irgendwie vermasselt. Okay, kann man nichts machen. Naja. Follow the blood. Inactive, wir kommen da nicht rein. Security? Natürlich zu. Hätte ich mir da denken können. Immer wenn es Security ist. Aber jetzt. Jetzt. Ich hoffe, hier ist zu. Ihr bleibt ja da. Ich gucke gerade. Ach so. Das ist gar kein Pfeil. Ach, wir sind jetzt... Wir sind jetzt eine Ebene höher oder so. Äh... Warte mal. Da hinten ist der Pfeil. Wir müssen... Wir müssen an denen vorbei. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Ach, da habe ich schon geguckt, glaube ich. Hey. Ach so. Hier, Kollege, wenn du Kante zu bewegst, um hinunter zu springen und dich festzuhalten. Hi. Du sollst nicht so viel Mensch essen, dann verlierst du auch nicht so viele Zähne. Hier ist auch noch ein Security-Raum. Ach, schade. Wuhu. Seid ihr nackt? Naja, ist nicht mehr viel über. Okay. Und jetzt? Ach so. Ich kann jetzt rechts oder links rüber. Aber ich kann nicht nach links. So geht's. Okay. Weiter nach rechts. Ich dachte links... Links war auch noch ein Fenster. Warte. Sicher nicht. Komme ich da nicht hin? Nee, es geht einfach nicht nach links. Okay. Dann bleibt ja nur noch hier über. Ich hoffe, die ziehen uns jetzt nicht hier raus oder sowas. Sie sind weg. Sie sind weg. Komme ich hier hoch oder komme ich weiter? Nee, das heißt... Ich lasse mal hier rein. Eine weitere Akte wartet auf uns. Ein bisschen Lesestoff. Merkauf Korb. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Merkauf Korb Wartungshandbuch bla nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Reinigungstore. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, hier kommen wir her. Wahrscheinlich müssen wir da, glaube ich, auch her. Vielleicht gibt es hier noch eine kleine Batterie oder so. Ja, da liegt was. Jawohl. Natürlich zu. Ach, das war der Security-Raum von außen, wo wir eigentlich lang mussten. So verstehe ich das zumindest. Und da kommen wir auch nicht raus. Eigentlich gibt es hier die Fenster. Follow the Blood heißt ja eigentlich hier lang. Aber ich, äh, ich muss mal eben hier gucken. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Okay, er ist, er ist uns auf den Fersen. Er ist uns scheinbar auf den Fersen. Wir haben einen neuen, einen neuen Bericht. Nein, einen neuen, einen neuen, eine neue. Oh, was haben wir denn hier? Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheiß-Ort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, ich merke es schon. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Chris Walker. Ach, das ist der Walker. Okay, verstanden. Möglicherweise. Schau was. So. Ah, wir müssen Knopf drücken. Diese Tür ist durch eine Schlüsselkarte. Okay. Gib mir eine Schlüsselkarte. Wo finde ich die Schlüsselkarte? Wahrscheinlich müssen wir dann doch hierher, wenn wir eine Schlüsselkarte brauchen. Da ist aber auch zu. Hier ist auch noch ein bisschen Blut. Hast du vielleicht eine Schlüsselkarte? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schlüsselkarte für die Duschen. Jawohl. Das klingt doch so gut. Huh. Wo wird das denn? Okay, dann, äh, nichts wie raus hier. Ich hoffe, er verfolgt uns jetzt nicht, oder so. Ich hab schon wieder Pipi in der Hose. Zack. Warum müssen wir eigentlich in die Duschen rein? Auf jeden Fall gibt's viele Schränke in der Dusche. Zack. Denk ich zumindest. Entkomme durch die Duschen. Okay, warum nicht? So, und ich würde sagen, äh, bevor wir uns jetzt schön abschauern hier, machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück, äh, in den Duschen bei Outlast. Und wir müssen uns jetzt irgendwie hier unseren Weg durchkämpfen. Jetzt ist auch gerade mein Akku leer. Wir haben aber genug. Hier ist natürlich wieder dunkel. Äh, der Walker ist uns auf den Fersen. Und eine seltsame Notiz meinte irgendwie, dass er vielleicht nicht das Problem ist, sondern Probleme löst. Oh Gott, der Vorhang. Und ich hoffe, ich hoffe, das ist so. Hier kann man schon mal raus. Oh! Okay, ja, ja, ist gut. Okay. Okay. Ist gar nicht geschafft. Alter. Direkt hier den Schocker. Lass mich doch bitte in Ruhe. So. Da geht's durch. Ah, hier können wir wieder dem Blut folgen. Komm da aber nicht durch. Hier ist wieder ein Security-Räumchen. Da kommen wir rein. Okay. Ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe mal hier. Ach, da können wir die Duschen wieder aktivieren. Oh. Ja, der Kaffee war wohl schlecht. Eben da hinten gucken, ob sich vielleicht noch eine Batterie da verbirgt. Da kommen wir aber auch raus. Zu. Erstmal machen. Erstmal zu. Und dann... Nee, ist nur eine Lampe. Keine Batterie. Und dann mal Knüpfchen drücken. Oh. Fuck. Kommst du jetzt hier rein? Okay. Okay. Ähm. Ähm. Warum ist der jetzt zu? Fuck it. Nein. Nein. Es ist zu. Oh Gott. Was habe ich getan? Hätte ich das nicht machen dürfen? Okay. Darf ich den Knopf nicht drücken? Ach, da oben. Guck mal. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Flüchten. Aber in welche Richtung? Aber in welche Richtung? Geht ja nur hier. Hallo? Hallo? Eine Batterie. Hallo? Und tschüss. Oh, fuck. Oh, fuck. Und... Oh, scheiße. Okay, wir müssen... Wir müssen schnell sein. Glaube ich. Und ihm dann die Tür zuhauen. Daher kann man ja etwas Zeit gewinnen. Okay. Jetzt nichts wie pronto hier. Pronto, pronto, pronto. Ja, so. So, hier und dann rechts. Wenn ich grieche, kann ich leider nicht rennen. So, schade. So, eben noch schnell die Batterie nehmen hier. Ja, lass die Zeit. Ja, 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 ja. Oh. Okay, hier ist Feuer. Da können wir, glaube ich, nicht... Oh. Okay. Oh. Na, Hauptsache war ich gelandet. Oh, scheiße. Und die fliegen hier. Die fliegen. Scheiße. Alles klar. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Warum muss ich jetzt schon wieder in die Duschen? Ich will... Ich will gar nicht in die Duschen. Will ich nicht. Ich... Oh, Gott. Wir sind jetzt im Block C. Ach, ist das jetzt der... Ist das jetzt vielleicht da, wo... Was? Oh. Zug. Scheiße. Oh, lass mich doch mal. Hier geht's lang. Nein, hier ist... Der Schmerz. Der Schmerz und der Tod. Okay. Okay, wir brauchen irgendwie... Eine Strategie. Da kommt die Treppe runter. Aber wir müssen, denke ich mal, die Treppe rauf. Aber woanders... Okay, jetzt hier noch ein paar Türen ausprobieren. Ich könnte mich natürlich unter den Betten verstecken. Komm ich nicht durch. Ich bin nicht durch. Da ist er. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, yes. Okay, ist gut, Kumpel. Boah, wie f***et er mich? Ist doch arschdunkel hier. Okay, da links ging's nicht. Dann gehen wir jetzt mal direkt da lang. Oh, hier kann man springen. Oh, hier kann man wieder springen. Okay. Hoppsa. Und... Und hierher. Hierher vielleicht. Okay. Okay, okay. Rechts. Das sieht doch gut aus. Zu. Verfolgt er uns noch? Okay, er ist weg. Kam hier anscheinend nicht durch. Wo sind wir denn hier? Irgendwie... Man kann sich hier echt leicht verlaufen. Achso, wir sind jetzt... Da sind wir rausgekommen hier. Das ist jetzt quasi auf der anderen Seite. Ja, das ist der einzige Weg hier durch... Hier durchkriechen. Oh Gott, der Typ, der geht mir echt... Was? Da ist ein Jumpscare und ich verpasste ein Jumpscare. Ich hab... Ich hab nur irgendwas gesehen hinterher. Holy f***. Das sieht aber nicht gesund aus. Muss ich da rein? Ich glaube nicht. Ich muss bestimmt hierher. Ach, verdammt. Okay. Alles klar. Ihr seid gruselig. Allesamt. Das sieht doch irgendwie... Oh, eine Keycard. Für... Nee, ist doch eine Karte nur. Alter. Ein Moment, ich muss nur... Der läuft mir hinterher. Geil. Äh... Ja, okay. Nimm ich dich jetzt mit? Sei dich. Du bist... Siehst du sei dich aus. Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ja, sag mal. Huh. Was denn? Du kannst dich aber schnell bewegen. Huh. Es juckt mich. Soll ich dich kratzen? Leute, komm her. Kannst du... Äh... Hast du deine Superkraft hier mit diesen zu Seitensteppen? Lass mich... Ich muss dir eigentlich... Okay. Ja, okay. Hier wird noch ordentlich an den Toren gerüttelt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ach, guck mal. Hier hat sich aber einer eingeschissen im Bett. Das warst bestimmt du. Ah, kein Wunder. In dem Anzug kann man sich ja schlecht den Popo abputzen, ne? Hi. Ich bin dein Freund, ja? Alles klar. Okay. Wo müssen wir denn lang? Hier ist noch ein Tor auf. Keiner von euch Spackos hat die Batterien versteckt, wa? Okay, okay, okay. Hier kommt man nicht her. Okay, ich bin aufgeschmissen. Wo muss ich lang? Hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Ich... Ich reiz nicht. Ach so, da komm ich her. Und dann hier hoch. Ja, was denn? Okay. Alter, ihr seid doch alle verrückt. Ihr gehört in die Anstalt! Fähig dich befreien, mein Freund? Ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee gewesen. Da sitzt wieder einer. Hi. Okay, danke. Danke, 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 danke. Oh, ich wusste, dass der aufspringt. Ich wusste, dass der aufspringt. So, ich will mal eben gucken, ob wir hier irgendwie noch eine Notiz haben oder sowas. Irgendwas verpasst zwischendurch? Nö, haben wir nicht. Gut. Ach, natürlich, natürlich. Ich muss jetzt diesen Spalt her und wahrscheinlich wirst du mich auch nicht jumpstaren. Was? Moment. Muss ich hier springen? Okay, hat geklappt. Ich bin ein, äh, Zeuge. Wuuuuh. Okay. Für Magie halten wir, denn wenn man einem modernen Menschen Magie zeigt, hält er sich für Technik. Wir haben eine weitere Botschaft. Äh, eine weitere Notiz. Nachruf unter Rudolf G. Wernig. Dr. Rudolf G. Wernig, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland nach. Ein Deutscher wieder geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen. Durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums in die State Departments in die Vereinigten Staaten aus. The State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernig in New Mexico zur Ruhe, wo er sich in der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Merck of Corp zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird sich Dr. Wernig als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Dr. Wernig. Ist das vielleicht dieser Doktor? Kill his events. He did not kill his enemies. Er hat nicht seine Feinde getötet. Zeuge. Okay. Ist die Frage rauf oder rein? Schätze, wir brauchen eine Keycard. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Dann können wir ja nur hochgehen. Und noch ein bisschen Filmen dabei. Man wird was? Da geht's auch lang. Ich sehe eine Batterie. Gut aufgepasst. Okay. Track D. Okay, 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 okay. Huh! Was? Wurde ich beworfen? Was? Alter, wo kommst du denn her? Was ist denn? Oha! Oha! Okay, ich hab's gerade nicht gecheckt, irgendwie. War ja die ganze Zeit hinter mir. Wie komm ich? Ach, hier muss ich, muss ich hier runter? Muss ich eine Ebene tiefer? Müssen wir eben die Kamera neu laden? Äh. So ganz hab ich die Steuerung... Ah, guck mal hier. Das ist der Weg. Einfach da unterm Bett. Wo kam der denn gerade her, ey? Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Oh, wir können wieder dem Blut folgen. Eben nochmal hier gucken. Ist nichts, okay. Hier geht's eine Ebene tiefer. Ich hab... Wallrider. Okay, eine neue Notiz. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Merkav hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob eine psychische, eine physische Präsenz, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Im Berg? Ich würde es gerne als schizophrene Albenbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Also dieser, dieser Knast gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ich sollte da lang gehen, aber hier ist irgendwie auch so schön. Hier gibt es auf jeden Fall... Hier gibt es auf jeden Fall Schränke. Mal gucken, ob uns das noch weiterhilft. Gut möglich, dass wir nochmal wieder flüchten müssen. Da ist auch ein Loch im Boden. Oh Gott, Wallrider. Überall, überall. Es ist schön dunkel. Ich mag nicht. Und das sind meine Schritte. Sieht jetzt... Erstmal... Ach, ich bin doch da oben hergegangen. Da war die Menschenfresser. Okay, okay. Ach, das sind die Duschen. Schätze, ich muss hier hin. Der neugierige Mensch. Neugier des Katze. Der Katze ist ihr Tod. Ich bin eine Katze. Ich kann sogar in der Nacht gut sehen. Hier ist schön. Okay. Alter, ich... Das wird immer schlimmer. So Tunnel und so. Oha, wer hat hier denn gegraben? Geschreien sie schon. Okay, hier geht es wieder raus. Hier geht es raus. Abwasserkanäle. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay. Boah. Gut, ich würde sagen, unseren Weg aus der Kanalisation machen wir dann in der nächsten Folge. Wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland. Zurück zu Outlast. Aus der Kanalisation. Ich muss nochmal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Meine Batterie ist auch fast wieder leer. Hier geht es ein ganzes Stück weiter. Aber ich gucke erstmal im Licht. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, wir müssen... Wir müssen nicht ins Licht. Liegt hier vielleicht eine Batterie rum? Ah, hier ist... Hier können wir aber auch her. Die Kanalisation ist definitiv... Oh, da kann man bestimmt rein. Ist definitiv ein bisschen... Na, ich sag mal verwirrend. Hier ist auch Ende. Okay. Ich hoffe, hier ist auch Ende, weil ich will nämlich... Ich will nämlich eigentlich gar nicht hier so... Okay, da ist auch Ende. Das ist gut. Das heißt, unser Weg ist quasi vorgegeben. Das mag ich ja doch... Dann eher so. So, hier können wir nicht her. Das heißt... Oh, da liegt auch wieder einer. Hallo. Alles klar. Okay. Da ist doch Tageslicht. Ich will da raus. Verdammt. Kann ich aber nicht. Ich muss hier weiter. Oh, Zettel. Ja, da kriege ich auch wieder Angst. Da ist ein Spalt. Wir könnten uns durch diesen Spalt zwängen. Wir könnten hier lang. Wir könnten... Da ins Helle. Oh, hier liegt überall scheiße, so wie es aussieht. Was war das? Ah. Da geht es nicht weiter. Hier liegt nur Notiz. Okay, nehmen wir die erst mal. Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstück des Patienten. Vater Martin Achim baut. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geistergespenster Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Sands? Sands. 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 Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde fortzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Okay, der Priester ist, glaube ich, ein bisschen mad, würde ich sagen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich werde verfolgt. Ist bestimmt nicht so. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Nice. Okay. Prison Block Drain. Female Ward Drain. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Sie sind hier. Schätze ich mal. Oder hier. Das heißt, wir müssen einmal nach rechts, einmal nach links. Und geradeaus dürfte nichts mehr sein. Sieht so aus, ja? Wo gehen wir denn zuerst hin? Äh, die zwar... Zweite. Die erste links. Ach, wir suchen einfach alles ab. Hier ist bestimmt nichts los, hier so. Wo? Alter. Okay, okay. Ist gut. Hier ist doch was los. Gehen wir mal einfach da lang. Komm schon. Oh, er hat mich noch erwischt. Okay. Nicht so gut. Ach, schon wieder die Batterie mehr? Was? Nein. Alter. Okay, tschüss. Das ist natürlich scheiße jetzt für mich. Wie schnell kann der denn rennen? Ah, da gibt's nichts. Wo dreh ich denn das verdammte Ventil ab? Ich hoffe hier... Ich renne einfach mal. Das ist schon mal gut hier. Nimm das andere Tor. Nimm bitte das andere Tor. Scheiße. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin schon weg. Warum ist denn hier kein... Ach, da ist die Pumpe gewesen. Okay. Ich hab die Pumpe gefunden. Das war's. Okay. Gut, also hier kommt er. Das heißt... Ich würde sagen, der Spalt war am schwierigsten. Wir gehen zuerst nach links. Wir ballen uns direkt. Das war hier. Das ist, denke ich mal, der einzige Weg. Er kommt näher. Okay. So close. Hier kommt er jedenfalls nicht durch. Ja! Wir haben das... Das eine Ventil gefunden. Okay. Tju! Der Female. Der Female-Raum. Hier kommt er sicherlich auch nicht her, würde ich sagen. Ich hoffe, der Schlawine hat jetzt nicht hier rum. Und dann müssen wir uns einfach bei den Mail... äh... auf der Mail-Seite, also auf der männlichen Seite, das Ventils müssen wir eigentlich einfach nur im Schrank verstecken. hoff' ich. Ich hoffe, er findet uns nicht. Das wäre dann die männliche Seite. Er ist schon mal nicht da. Das ist schon mal gut. So. Ich hoffe, er kommt auch nicht wieder. Aber der rennt jetzt da hinten rum und merkt gar nicht, dass ich da war. Und ich hau jetzt einfach... Ah ja, super. Super, super. Und mach's gut. Mach's gut, Walker. Immer schön die Leiter runter. Das ist aber eine lange Leiter. Eine sehr lange Leiter. Sehr tief. Okay. Okay, okay. Okay. Der ist tot. Der ist definitiv tot. Oder er hält sehr, sehr lange die Luft an. Es ist... super dunkel hier. Da hängt auch noch einer. Oh Gott. Oh Gott. Kranker Scheiß. Hier liegt noch einer. Da hinten... Uh, hab ich Angst. Yeah. Scare me more. Scare me more. Scare me more. Und hoch geht's. Und wer, der... Rocker ist da. Wer war das? Mein Freund. Hallo. Again, finde... Finde einen Weg aus der... Ach, Adminblock. Guck mal. Ich höre schon Gutes... Ich höre schon Gutes da hinten. Adminblock. Das sieht doch nett aus. Ein langer Gang lädt immer dazu ein, irgendwie... wegzurennen. Aber das müssen wir bestimmt jetzt nicht machen. Nein. Nein. Du musst nicht mehr schmerzen. Ich kann sagen, wir sind die gleiche. Du wirst noch wissen, was ist real. Der Doktor ist tot. Du kennst das, richtig? Der Doktor Bernigke. Er sterben, bevor er gerade angefangen hat. Was für ein Doktor ein Doktor ist tot? Er ist tot. Das ist die Frage. Okay Jetzt wieder runter Oh Okay, eine neue Notiz Die Patienten wissen, dass Dr. Wernick tot ist Einer fragte mich Welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallradar? Gute Frage Kann ich jetzt wieder zurückgehen? Oder warten die weiter auf mich? Hier ist scheinbar keiner, okay Ah, okay, da schätze gern Dafür bin ich Dafür habe ich das gerne auf mich genommen Notiz kann ich nicht aufnehmen Gut, Tür zumachen Dann heißt es jetzt runter Weiter runter in die Kanalisation Immer weiter Das sind Mich, mich Oh Gott Blut Female Ward Male Ward Super Wo müssen wir hin? Haben wir irgendwelche Objectives? Einfach nur finde den Weg raus Ganz einfach Geh doch einfach raus Ganz einfach Okay Da geht es definitiv weiter Dann will ich mal gucken Ob wir auf der anderen Seite auch weiterkommen Ach, guck mal Ich entscheide mich immer Immer für den richtigen Weg Da hinten ist aber nichts mehr Gut Instinktiv Das war das Wort, was ich gesucht habe Ich entscheide mich Instinktiv für den richtigen Weg Oh Mann Die Grafik ist so nice Was hier immer so alles so rumhängt Und so Da steckt so viel Liebe drin Das ist wirklich unglaublich Ich bin begeistert Selbst hier Wenn man Freund von eingeweihten ist Ist das Lungen oder was? Ich weiß es nicht Und kopflosen Leichen Dann ist man hier genau richtig Habe ich schon wieder Ein Jumpscare verpasst Oder ist jemand hinter uns? Es knatscht und knirscht Okay, ich glaube Wir müssen wieder hier durch Ein Glück können wir uns so tief Niederknien Versuchen mal ein bisschen Batterie zu sparen Obwohl wir ja noch genug haben Wir könnten es eigentlich rausschmeißen Also ich habe das Gefühl Man findet Genug Okay Rechts oder links? Dazu lade ich jetzt einmal nach Komm mal wieder runter, Junge Okay, hier kommt man irgendwie raus Wie sieht es mit der anderen Seite aus? Kommt man auch irgendwo raus? Ne, da ist zu Ach, schon wieder richtig entschieden Ich weiß auch nicht, wie ich das mache Habe ich anscheinend ein Talent für Trotzdem würde ich im echten Leben Glaube ich nicht überleben Dazu sterbe ich dann doch zu oft Ich will jetzt da hoch Komm ich nicht hoch? Warte, muss ich erst hier her? Achso, da geht es einfach hoch Ah, verstanden Alles klar Zwei Türen Links, rechts Irgendwo eine Batterie Sieht nicht so aus Nehmen wir Wir haben ja gerade den rechten Weg genommen Da ist der linke bestimmt jetzt der richtige Hier ist wieder schön dunkel Gucken wir mal, was hier ist Auch dunkel Okay Einmal in Großaufnahme Okay Dann wissen wir wenigstens, dass das nur ein Weg geht Also das finde ich ja schon mal schön, dass es Ein Weg geht Ich höre Schritte Da müssen wir lang Huch Oder da Ist eine gute Frage Da war ja auch noch ein Loch Gucken wir erst mal da Vielleicht findet man ja hier was Eine Notiz Eine Batterie Warum liegt hier eine Batterie Muss man nicht wissen Aber gut, dass wir nachgeguckt haben Hier hätte ich auch Angst Wenn ich jetzt wirklich Ups Wenn ich jetzt wirklich hier wäre Vor allem, weil man immer diese Schritte hört Das ist wirklich Da hängt wieder einer Oh Gott Da gibt's nichts Okay War da nicht gerade was? Ich dachte, da hätte sich was bewegt Und hier geht sie da runter auch Mann Okay Was war das? Ich hoffe nichts Schlimmes Okay, da kommen wir hoch Und hier Hier Kommen wir hoch Aber da kommen wir auch rein Da ist eine Tür Und hier geht's wieder runter Ich will erst wieder gucken, was hier ist Da gibt's bestimmt wieder irgendwas Speichert Oder auch nicht Okay Dann gehen wir wieder zurück Wenn's Wenn's speichert Dann geht's hier weiter Vielleicht ist hier doch Vielleicht war hier das Secret Ich mag ja Secrets Ich geh immer gerne Gerne gucken Ah ja Sieh mal einer an Du bist tot, ne? Okay Weitermachen Bin schon schwach Okay Hier ist Ende Aber ich meine Da hinten wäre auch noch ein Spalt gewesen Irgendwo Da, ja, ja, ja Wo kommt man denn dann hier hin? Wo kommt man denn dann hier hin? Gibt's hier irgendwas? Ach, guck mal Was soll der Geiz? Nehmen wir mit Hier geht's dann nicht weiter Okay Haben wir echt viel gefunden jetzt Das finde ich wirklich schön Neun von zehn Wir sind gut ausgerüstet Wenn das so weiter geht Dann brauchen wir, glaube ich Keine Sorge haben Dass wir im Dunkeln Angst haben müssen Also ist das hier unser Weg Ich habe es schon fast Befürchtet Da hinten ist Der Wolf Der Okay Wir hauen einfach ab Einfach ist gut Einfach ist sehr gut Weil wir einfach nicht wissen Wo wir hin müssen Ich schätze mal dahin, wo er herkam Guck mal, nachladen Immer weiter Immer weiter Angst Ich schätze, wir müssen zum Licht Ach, da geht's hoch Hoch ist gut Hoch ist gut Können wir da hoch Warum können wir nicht da hoch? Das nervt Hier gibt's eine Kiste Können wir aber nicht verschieben Hier kommt man auch hoch Kommt man nicht hoch Okay Wo ist er denn? Ach, da geht's auch her Nein, da ist zu Das hasse ich ja Das hasse ich wirklich Aber das muss der Weg sein da hoch Oder? Höre ich was? Da ist er Aber da sind so Rohre Vielleicht müssen wir zu den Rohren Bleib mal schön da Ich bleib hier Ja Ist nur eine Ratte Gehen wir mal nochmal zum Oh, der ist schnell Der ist schneller als ich Gehen wir nochmal zum Tor Das ist ein Rohr Noch ein Rohr So, wir müssen Ach, vielleicht müssen wir hier hoch Ist das der einzige Weg? Ah ja, da können wir bestimmt hoch Ja Komm, geh schon Oh, fuck Ach so, okay Auf den Punkt Komisch, springen kann er nicht Er ist einfach nur träge und fett Hi Kannst du mir sagen, wie ich hier rauskomme? Ja, hier bin ich Hi, hi Alles klar Mann, Mann, Mann Ich lass dich auch mal alleine hier, ne? Mailboard Gespeichert Ich würde sagen, wir Bevor wir jetzt in die Mailboard gehen Machen wir nochmal ein kleines Präuschen Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss Hallo und herzlich willkommen im Schauerland Zurück in der Anstalt in Outlast Weiter geht's Wir sind gerade nochmal vom Fetti geflüchtet Oh, da ist jetzt zu Warum ist da zu? Das war in der letzten Folge noch nicht Ich bin leicht verwirrt So, und wir wollen jetzt zum Mailboard Heißt Wort Trakt? Ich weiß es gar nicht Warte mal, warte mal Warte mal, warte mal, warte mal Warum? Geht der weg? Das fängt ja gut an hier Da liegt ne Batterie Der haut mich und haut ab Okay Hat der vielleicht Angst vor irgendwas? Hat der irgendwas gehört? Hier war irgendwie so ein Surgen Wie beim Zahnarzt Hallo? Wo ist er denn hin? Mailboard links Die Atmung wird wieder schwerer Es ist verdammt gut gemacht Mit der Dass er so die Hand an der Ecke hat Hallo Alles gut, mein Freund Kann ich dir irgendwie helfen? Ich will übrigens die Kamera Mal ein bisschen weniger benutzen Lasst mit, dass es uns immer So ein bisschen grisselig aussieht Aber wir müssen natürlich auch die Bestimmten Dinge einfangen Deswegen werde ich sie hin und wieder Mal wieder anmachen Warum haust du mich? Und jetzt rüttelst du da? Komischer Kerl Aber du bleibst jetzt da, wo? Okay Warte, muss ich überhaupt hier runter? Ein Bild des Priesters zerrissen Ja, ich denke Nee, da müssen wir eigentlich rein Aber da müssen wir eine Abkürzung nehmen Das ist ja schön Eine Abkürzung nach unten Oh Ja, schön Hier ist eine Menge Blut geflossen Das kommt alles aus der Female Ward Hier, das Blut Ist gerade Rote Woche Da Bei denen Ich habe ja mal gehört Die synchronisieren ihren Ach, lass mir was So Wo willst du denn hin? Wo flüchtest du? Ich hoffe, der Walker kommt jetzt nicht gleich wieder Dunkel, dunkel Schön Schön Noch mehr dunkel Dunkel, dunkel Schreie Schreie, schreie Böse Schreie Da ist ein bisschen Rot Okay Hallo Oh, war das Hebel? Dampf? Da geht's hoch Auf jeden Fall zu den What's What's up Ein kleiner Haufen Leichen Okay Wir haben eine neue Notiz Ein Festmahl für die Fliegen Ich hätte nicht gedacht Dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte Hunderte von Leichen in einem Raum Tausende von Fliegen Ist das der Weg nach draußen Von dem der Priester gesprochen hat? Ich fühle mich auch so langsam verarscht Oh Gott Das ist nur noch eine Suppe hier mittlerweile Der Kopf sieht ganz anders aus als von den anderen Als ob das ein Entwickler sein könnte Vielleicht haben die sich hier verewigt oder so Vielleicht ist es aber auch doch nur ein Wachmann Gut, lassen wir das Genug der spieltechnischen Analyse Gehen wir hier weiter Natürlich ins Dunkle Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation Männerstation also Wort heißt Männerstation Ah, wir können schieben Schätze ich Linke Maustaste gedrückt und bewege dich in die Richtung Ja Die alten Schiebespiele Wie bei Tomb Raider Hier kommt man ja auch definitiv nicht Ich dachte gerade, da liegt eine Axt Wäre auch zu schön gewesen Dass ich hier mal eine Waffe kriegen würde Aber ich glaube Ich glaube, das kann ich mir abschminken Hey Hi Alles klar Bin mir nicht sicher, ob ich da rausgehen soll Das ist gerade, verdammt Bums Na, komm schon Mal hin mir gucken Kann da wer? Fingers first Then balls Then tong Erst die Finger, dann die Eier, dann die Zunge Okay Scheiße Ähm, nein Nein, nein Das wollen wir nicht Geplante Folter Je weiter ich fliehen möchte Desto tiefer dringe ich In diesen gottverdammten Ort ein Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube In diesem Keller wurden Leute gefoltert Mit Methode Mit Methode An der Wand steht geschrieben Finger zuerst Dann die Eier Dann die Zunge Die Folter wird von jemandem angeleitet Es gibt Anweisungen Okay Wer ist der Der die Anweisungen gibt Vielleicht müssen wir den Fußspuren folgen Follow the blood Wie es so schön heißt Da geht's rauf Hier verlaufen sich die Fußspuren Da wären wir eigentlich rausgekommen Ist jetzt die Frage Gehen wir mal da hin Oder gehen wir mal hier gucken Hier ist aber zu Okay damit hat sich dieser Weg schon mal erledigt Aber irgendwie schätze ich Ist da nichts Gutes Vielleicht sollten wir den mal schnell wieder davor schieben Können wir nicht Wir können nur ziehen Wer wollte denn da rein Da kommt man aber raus Da geht's weiter Er sagt mir aber auch nichts mehr Haben wir noch irgendwo eine Batterie hier Eine Kamera Eine Morin Die gute alte Morin Kamera Können wir auch nicht nehmen Okay dann Schieben Ich weiß nicht ob das so gut ist Dass wir jetzt die Tür freilegen Hey können wir hier noch was drehen Ne Da ist eine Tür Ich höre es auf jeden Fall klappern Deswegen gehen wir erst mal hier gucken Oh nee Oh nee Oh nee Wir gehen erst mal da gucken Okay Tür 1, 2 oder 3 Ob du wirklich richtig stehst Siehst du wenn die Tür aufgehst Alles zu Okay Ich liebe es ja Wenn mir Entscheidungen abgenommen werden Schade dass man nicht sliden kann Dann müssen wir jetzt hier rein Und das Prepare for jump scares Zu lebendig Zu lebendig Zu lebendig Er sagt das Nicht du Nein du bist Da ist was Oh Gott was haben die denn hier gemacht Verdammte Scheiße Krankenbericht von Rick Trager Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft Ich habe mir bestes gegeben Aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor Kein Wunderwirker Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft Ich lerne die ganzen Was Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch Wie auch immer Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe Nahem Projekt Wallrider wegschneiden Wir haben viel Geld verloren Seit die Sache Wegen diesem Billi gescheitert ist Aber mir ist es gelungen Das Personal Um über 80 Leute zu reduzieren Eingeschnitten Die Finanzierung Kurzfristig gesehen Bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern Und langfristig bei den Renten Und den Kosten für die medizinische Versorgung Und ich habe viel über Biologie gelernt Ich war mir bisher nicht ganz sicher Aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen Dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu Nice Da geht's hoch Das sehe ich gerade Aber ich gucke erst mal Ob wir da reinkommen Scheiße Ich kann dir leider nicht helfen Mein Freund Oh Gott Der Arme Hast du vielleicht eine Batterie da Hä Nein Okay dann Gucke ich mal Im Schacht hier oben Aufwärts Warum komme ich nicht aufwärts Doch ich komme aufwärts So Da kommen wir wahrscheinlich nicht her Weil wir dann wieder runterfallen Also nur hier lang Ach wir kommen doch zu dir rein Warte Herzchen Ich komme Ich komme zu dir Hops Hey bleib doch ganz ruhig Ich sollte abhauen Oh scheiße Ja ja Weg 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 Scheiße Zug 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 Schrank 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 Reicht das? Reicht nicht Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Wallrider Was? Ich hasse das Das erinnert mich stark An Call of Cthulhu Oh Tschüss Oh Gott Follow the blood Aha Warte Okay Gut Oh Gott Oh Gott Hier sind noch Schränke Aber da kann ich mich eh nicht drin verstecken Verstecken wir uns einfach hier in der Ah ne hier ist ein Schacht Ich dachte hier wäre eine Leichenkammer Oh so Okay In die Richtung Und dann Und dann Ach da Ich hasse diese Flucht Zug Na ja Tschüss Nicht geschafft Nein Das darf doch jetzt nicht wahr sein Okay Wo sind wir jetzt? Oh Okay Weg 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 in die Richtung Ich musste mich gerade wieder ein bisschen orientieren Ah ne Da ist zu Fuck Ist auch zu Was? Achso Ich weiß nicht wirklich Ob wir hier richtig sind Mir kommt das gerade ein bisschen unbekannt vor Wir rennen einfach mal Da geht's weiter Zack Ja Ja ich will die Ah Wer war das denn jetzt? Oh Hat einen sehr englisch nachzend Scheiße Wer bist du Junge? Kann ich irgendwas machen? Komm ich hier weg? Komm ich da raus? Ein Aufzug Gut zu wissen Der Ausgang Ah toll Aber Humor hat er Was ist mit dir passiert Kollege Warum habt ihr eigentlich keine Hauptwehr? Zwei hoch Okay Sollen wir uns vielleicht merken? Legt er uns hin? Ah Auf jeden Fall Richtung Blut Das ist Das war's für heute. Der ist nackt, der hat einen nackten Popo. Ich möchte den nicht sehen. Nein, das ist ein Messer da. Oh, Gott. You paying attention? Don't pass out on me. It's so hard for you to absorb. I want you. You're better now, right? In the same way, GQ, we made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. Oh, Gott. Shut up. Können wir hier irgendwie... Okay. Schnell, schnell wackeln. Okay. Wir sind frei. Alles klar. Und natürlich, denk an den Pulitzer. Oh, ist das krass. Okay. Okay. Scheiße, scheiße. Hauptsache, ich filme noch. Oh, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Scheiße, äh, wo lang? Äh, äh, ich meine, oh, oh, fuck, 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 ich glaube, ich hätte irgendwie flüchten müssen. Aber ich wollte eh gerade Pause machen und, äh, wie wir da wieder rauskommen, das sehen wir dann im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück zu Outlast. Wir müssen nochmal versuchen zu fliehen. Habe ich meine Kamera schon? Ja, ich habe sie schon. Und jetzt müssen wir mal ganz leise rausgehen. Und ich glaube, der Walker ist da noch in der Nähe. Ups. Exit ist gut. Erzähl doch mal. Oh, scheiße. Ja, tschüss. Jetzt aber abhauen. Vielleicht schaffen wir es ja in den Aufzug. Für den Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Ja, super. Ist er jetzt weg? Machen wir erst mal so. Ach, da steht was vor. Ach, da oben. Okay, wir müssen also einen Schlüssel finden, um dann mit dem Aufzug abzuhauen. Soweit Theorie. In der Praxis wahrscheinlich ganz anders. Hier können wir schon mal den Weg frei machen. Wir müssen da bestimmt wieder zurückkippern. Aufzüge. Da ist dunkel. Da ist hell. Gehen wir zuerst hier gucken. Er verfolgt uns also, okay. Bleib mal schön da, wo du bist. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt auf uns wartet. Da steht er auf. Komm, hau doch einfach ab. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, warum er uns jetzt nicht gesehen hat, aber... Wir nutzen das jetzt einfach mal zu unserem Vorteil. Kamen wir da her? Nee, da war zu, glaube ich. Okay, der schleicht also hier rum. Und wir müssen den Schlüssel finden. Hat der Doktor vielleicht den Schlüssel? Wachen wir hier schon mal auf? Gibt's denn hier nirgendwo einen Schrank? Ich weiß nicht, ob der wirklich hier... Er sucht uns, glaube ich. Okay, hier ist nur der Fahrstuhl. Das heißt... Okay, warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ich hoffe, der kommt uns nicht nach. Dann kommen wir nämlich hier wieder raus. Und fliegen jetzt in die Richtung. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ja, vielleicht später. Ich bin gerade so sprachlos. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. War ich hier schon mal? Oh Gott, hier sind überall diese... Da ist auch noch eine Tür. Klos! Der Schlüssel ist bestimmt auf dem Klo. Nein. Nochmal nein. Scheiße. Vielleicht können wir uns hier verstecken. Da hinten rennt er rum. Zack! So. Ah, hier geht's auch noch weiter. Okay. Ist ja gar nicht laut, sowas. Oh! Okay. Schränke, Schränke. Gucken wir mal. Er kommt hier rein. Okay. Wir warten einfach hier. Ganz ruhig bleiben. Der haut bestimmt gleich wieder ab. Der hat bestimmt nicht gesehen, dass wir hier im Schrank sind. Oh, da ist er. Vielleicht sollten wir jetzt abbauen. Buddy! Und hoch. Doch, ich bin fertig, mein Freund. Ich bin sowas von fertig. Oh, nee, 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 nee. Jetzt sind wir hier wieder bei den Klos, oder was? Wo sind wir jetzt? War ich hier schon mal? Hier muss doch irgendwo der Schlüssel sein für den Lift. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel sein für den Lift. Vielleicht muss ich den Doktor aber auch irgendwie umbringen, oder sowas. Geht bestimmt ganz einfach. Da ist der Schlüssel. Komm, nimm ihn schon. Da kommt er. Ohohohoho. Das ist der Höhaufzug. Und jetzt weg. Hier ist nur das Klo. Das ist schlecht. Er könnte ja unten drunter gucken. Ich weiß nicht, ob der so schlau ist. Wie ging's denn jetzt nochmal zum Aufzug? Das ist jetzt die große Frage. Herr Doktor. Vielleicht sieht er uns ja im Dunkeln nicht. Ich geh jetzt einfach nochmal da hin. Ach nee, warte mal. Ach, da ist zu hoch. Verdammt. Ach, da ging's auch her. Okay. Auch ne Möglichkeit. So. Da hinten ist auf. Ja, ich glaube hier ist auf. Okay. Ja, ja, Aufzug. Aufzug. Ja. Fuck you hard. Okay. Mach's gut. Okay, auf die Botte, wie man aufzuladen. Huh. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Oh, ja, 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 ja. Mach es, mach es, mach es. Haha. Der erschreckt mich doch eh gleich nochmal. Hallo, Doktor? Wie komme ich denn jetzt, wie komme ich jetzt hier aus? Ah, okay. Notiz. Drücke linke Maus, das ist um die Falltür zu öffnen. Achso. Schritt 1, drücken. Drücke linke Maus, das ist um die Falltür zu öffnen. Falltür zu öffnen. Ach, da oben. Okay. Stand da gerade, linke Maus, das ist um die Falltür zu öffnen? Schritt 1, drücken. Okay, der ist verwirkt. Oh, das war... Da hat es mir jetzt echt die Sprache verschlagen. Oh. Da wusste ich jetzt gar nicht, was ich sagen sollte in dem Moment. Das war sehr bedrückend gerade, der Moment. Die Verfolgung mit dem... Doktor. Okay. Aber ich glaube, jetzt sind wir safe. Erstmal. Wer weiß, was jetzt kommt. Oh, komm mal nicht. Wir müssen ja runter. Wir müssen noch, wenn ich richtig gerechnet habe, zwei runter. Oder einen. Hör ich schon wieder was laufen hier. Ah, hier ist das Treppenhaus. Ja, rauf oder runter. Wir können mal kurz rauf gehen. Vielleicht finden wir noch eine Batterie oder so. Nee. Hier war ja eh zu. Ich kann die Freiheit schon riechen. Aber wir wissen ja alle, dass in diesem Spiel man nicht wirklich freikommt. In so einem. In der Regel. Ah, hier wäre der Ausgang gewesen. Okay. Ach, ich wusste es. Immer unter der Treppe gucken. Hier ist ein Security-Raum. Aber wir können leider nicht anrufen. Teamwork! Teamplayer Award. Patrick Petrina. Employee of Merkauf Corp. Who best amplifies the Team-Concepts. Okay. Ich bin also ein guter Teamplayer. Mittlerweile ist es schon... halb neun. Sind wir wieder im Eingang oder so? Können wir nichts machen? Hier ist ein bisschen kaputt. Achso, warte mal. Der Ausgang müsste dann... Hier rechts sein. Aber warum habe ich nur das Gefühl... Wie draußen? Okay. Okay, wir müssen irgendwie... raus. Achso, hier ist der Ausgang. Da ist der Fahrstuhl. Okay, aber wir müssen natürlich erst durch diesen... dunklen Gang, natürlich. Warum... Warum nicht? Warum denn nicht? Hier sind wieder Toiletten. Keine Köpfe drin. Okay. Da liegt wieder eine Kamera. Ich kann sie nicht nehmen. Hier ist auch nichts. Okay, aber vielleicht müssen wir uns... gleich hier irgendwo verstecken. Ich vermute mal so. Weil es wird nicht ohne sein. Da geht's auch raus. Vielleicht wird's ja doch nicht so schlimm. Sagte er. Und betrachtete die Leiche auf dem Boden. Ich schritte. Und es sind meine eigenen. Wieso habe ich kein Spiegelbild? Ich habe kein Spiegelbild. Okay, ich bin eigentlich ein Geist. Ein Vampir. Da geht's raus. Jetzt gucke ich nochmal eben auf der anderen Seite. Ich glaube, hier war dann auch nichts mehr. Ah, ein Journal. Einen Glück haben wir hier nochmal geguckt. Okay. Äh, ne, J für Journal. Von Trager Merkow. Äh, Worldjet Merkow betrefft Annapurna, Angestellter Nummer Blah. Sehr geehrter Herr Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn sofort als Patienten von Mount Massive zur Behandlung seiner wannhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Der Name kommt mir, wie bekannt war. Annapurna. Ist vielleicht... Wir müssen nochmal auf Journal. Journal. Der Informant. Hm. Ne, doch nicht. Das war... War von gar keinem. Wieso kommt mir der Name denn so bekannt vor? Habe ich ihn vielleicht schon mal gelesen? Ich kann ihn jetzt absolut nicht einordnen. Ich hätte die Tür vielleicht nicht so aufreißen sollen. Das muss ich mir noch angewöhnen. Boden knatscht. Okay. Da können wir scheinbar rein. Hier können wir aber auch noch gucken. Wo geht's denn raus hier? Wo geht's denn raus hier? Da ist Feuer. Warum ist da Feuer? Verbrennung? So, jetzt sind wir aber echt aufgeladen mit Batterien. Besser kann's jetzt nicht mehr gehen. Gut. Achso, da kam er ja nicht raus. Das heißt, wir müssen hier rein. Okay. Oh! Warum brennt's hier? Sollte mich vielleicht beeilen? Ich musste es brennen. All of it. Merkoth took so much from us. Used us. Turned us into these... Things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to let you get out from the kitchen. Schalten Sie die Springleinlage, um das Feuer zu löschen. Aber was, wenn ich das nicht will? Warum komme ich hier nicht drüber? Achso. Ja. Haha. Ist das die Küche? Soll ich nicht doch durch die Küche abhauen? Ich guck mal eben. Get out through the kitchen. Ich hau ab. Ich lass alles brennen. Ist besser so. Mich interessiert der Pulitzerpreis nicht mehr. Ich kann gar nicht rennen. Achso. Ich komm ja auch nicht drüber. Weil hier alles brennt. Okay. Ich muss... Äh... Okay. Ich muss erst hier raus. Komme ich denn da her? Oh. Also... Ja. Nee. Okay. Ist gut. Hätte ich mir wirklich einmal wieder sparen können. Aber wenn ich die Sprengleinlage mache, dann brennt hier noch nichts ab. Ist doch zu schade. Ist hier noch irgendwas? Wir haben ja eh genug Batterien. Eigentlich brauche ich ja nicht mehr auf Batteriesuche gehen. Aber Journals vielleicht. Das wäre vielleicht noch... Gut. Ich hörte was. Ist nichts. Ist zu. Warum gerade jetzt? Hinten war doch ein Spalt. Nochmal Teamwork. Hm. Warte mal. Hier sind wir doch hergekommen, oder? Kommen wir hier drüber. Hier kommen wir drüber. Aber hier ist... Hier können wir nichts machen. Nichts drücken. Nichts finden. Das buche nichts. Ach, hier sitzt noch einer. Der hat aber auch nichts. Der Herr Lehrer. Ist echt so eine Art Schule. Ach, guck mal. Ein Glück haben wir hier nochmal geguckt. Okay, was haben wir denn hier? Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten, um Hilfe von einem Merkow-Erfolgsberater zu erhalten. Sieht man ja, was für ein Erfolg das ist. Okay, ich glaube, wir haben alles gefunden. Dann gehen wir jetzt zurück. Durch den Spalt. Wo war er denn noch? Hier war er. Und ich würde sagen, was sich hinter dem Spalt verbirgt, machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück zu Outlast. Und in der, ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass hier alles brennt. Wir müssen jetzt den Sprengler anschalten. Und hier haben wir schon alles abgesucht. Da hinten, da haben wir auch ein Journal gefunden. Und hier ist jetzt ein Spalt, wo wir lang müssen. Und ich glaube, es wird so langsam mal wieder ein bisschen Zeit für ein bisschen Action und Nervenkitzel. Das hat man doch fast vermisst mittlerweile. So ein bisschen Verfolgung, so ein bisschen abhacken, abstückeln. Irgendwie sowas. So, was haben wir da? Warte mal. Bath, Cafeteria, Laundry, Wäsche. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Ach, das könnte die Laundry sein. Sieht nach Wäschekammer aus. Ja, das sind alte Waschmaschinen oder so. Da ist zu. Gut. Brauchen wir denn was in der Laundry? Hier kann man sich schon mal verstecken. Kein System im Wasser. Öffnen Sie zuerst die zwei Ventile. Okay. Zwei Ventile. Wahrscheinlich... Wo könnten die Ventile sein? Okay. Cafeteria ist zu. Laundry und Bäder wahrscheinlich. Hi, Walker. Kommt der hierher? Bestimmt nicht. Ich sag doch Verfolgung. Tja, wo bin ich? Gut. Rasse, Rasse. Perfekt. Gucken wir mal da hinten. Wahrscheinlich muss ich zuerst in die Bäder. Das kennen wir ja schon. Der macht sich schon mal ein bisschen Platz. Ein befreiender Rundumschlag. Mein Freund, der ist tot. Ich mach's mal zu. So. Hör mal, der kann dir nicht mehr helfen. Ich komm auch noch dran. Ich muss mir den Schlüssel finden. Ein Schlüssel? Ich muss mir vielleicht wirklich den Schlüssel finden. Ah, ein Ventil. Okay. Da hätten wir schon mal Wasser Nummer 1. Und du springst jetzt nicht auf mich zu. Das ist doch krank. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Jetzt mal ehrlich. Oh Gott. Bleib Lust da. So, Walker. Dann hoffen wir mal, dass auf der anderen Seite das Ventil auch so einfach zu finden ist. Wenn er jetzt kommt, müssen wir ganz schnell da rein. Warten wir erstmal hier. Oh, das sieht ja crazy aus. Toller Effekt. Okay, er geht wieder. Ist nur doof mit dem Schatten hier. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Scheiße. Okay, wo müssen wir lang? Hier ist falsch. Ich schätze mal hier rein. Und dann... Ah, guck mal. Zack. So, und jetzt... Okay, er hat uns wirklich nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns... Er hat uns... Okay. Okay. Wer bleibt doch fern? Okay, geht. Er haut ab. Er haut ab. Okay, wir... Wo kommen wir denn jetzt wieder zurück? Wir müssen hier auf die andere Seite. Oh, Kachchen. Hör mal, Fetti. Oh, er hat die Tür eingetreten. Hält nur kurz auf. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Können wir uns irgendwo... Ah ja. Hier können wir uns denn stecken. Hm, er schlawinert jetzt die ganze Zeit da rum. Ich hoffe... Vielleicht geht er ja gleich da rein. Ach, schade. Okay. Also irgendwie bemerkt er uns scheinbar. Ist interessant. Habe ich doch gedacht... Dass die KI ziemlich dumm ist. Zumindest wenn wir so auf einfach spielen, wie ich es ja tue. Oder normal heißt, glaube ich, der Modus. So, hallo! Wie sie sagen, wir laufen einfach. Und zwar müssen wir ja wieder hier hin. Das müsste der Weg sein. Äh, und dann... Achso, hier an. Zack. Huh. Binde, Vater, Martin, draußen. Wo muss ich denn nochmal lang? Wo bin ich denn hergekommen? Warte mal. Ich glaube, von hier. Ja. Ah ja, dann müssen wir jetzt durch die, äh... Cafete wieder raus. Ich überlege gerade. Achso, hier war... Ne, warte. Hier war der... Hier war der Raum, wo wir die Akte gefunden haben. Hier müsste... Ah, das müsste der Weg sein. Ja, hier hat's gebrannt. Da geht's raus. Oh! Scheiße! Okay! Alles klar! Yeah! Gut! Nice! Guter Jumpscare! Was gibt's denn heute? Oh, Bärtiger! Ein Schauerland gehackt. Schauerlands Bester. Hier gibt's die ganz feinen Sachen. Nachtisch! Finger! Was haben die mit Fingern? Das ist vielleicht meine Finger. Ich will's gar nicht wissen. Oh, hier geht's noch weiter. Noch mehr Vorräte? Nö. Hier gibt's gar nichts. Okay. Schade. Hab ich da wirklich nichts vergessen? Warum baut man das da hin, wenn da nichts ist? Keine Akte, okay. Spannung, 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 Spannung. Aber jede Menge... Sieht aus wie Farbe. Ist wahrscheinlich so Grießbrei oder sowas. Plöcke. Mahlzeit. So. Das ist unser Weg raus. The only way. Muss der Flur sein. Hier war der Aufzug. Hier geht's raus. Okay. Okay. Ich... bleib hier. Und schon kaputt. N-Akte! Hat sich das doch gelohnt. So. Multra-Programm. CIA Mori-Doc Nummer 1404-01. Seiten 159 und Auszüge. An Akte betrefft. Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mithilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktions... Schlafinduktionsmaschine? Genau. Maschine. Maschine. Das wird immer merkwürdiger. Hier gibt's keine Batterie. Ich bin nur auf der Suche nach Batterien. Obwohl wir ja noch gut, gut, gut ausgerüstet sind. Gönne ich mir meinen Luxus, bevor wir hier rausgehen. In den Regen suche Vater Martin. Ist das der Haupteingang? Ich glaube nicht. Wie soll ich denn hier was finden? Hier ist ja noch dunkler... Oh, danke. Noch dunkler als dunkel. Da hinten sind Leuchten. Hoffen wir mal, dass das Vater Martin ist. Bestimmt. Da hinten ist irgendwas. Leider zu. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Oh Gott. Das ist scary. Ah. Hi. Hast du vielleicht Schlüssel für die... das Tor da hinten? Nein. Okay. Suche ich weiter. Vielleicht hier oben. Mit diesen genauen Angaben. Triff mich drauf. How alive are you? Wie wenig bist du? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nichts... Nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst. Dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ich will gar nicht wissen, was mich erwartet. Ah. Ein bisschen die frische Luft genießen. Warum nicht? Hohoho. Jetzt habe ich mich für eine Lampe erschrecken. Gucken wir mal da hinten, ob wir da reinkommen. Natürlich nicht. Ich glaube, hier im Gerüsch rumrennen... Im Gerüsch rumrennen ist nicht der richtige Weg. Aber was höre ich denn? Wo muss ich denn hin? Hier ist wieder das Häuschen. Wo ich einen Schlüssel für brauche. Ups. Ich muss einfach alles, alles absuchen. Licht ohne Einladung. Hier sind wir rausgekommen. Dann gehe ich mal weiter nach links. Hier ist aber auch so eine Art Wald oder so. Warte mal eben nachladen. Mal wieder. Jetzt verballere ich alle meine schönen Batterien. Da ist auch noch eine Hütte. Vielleicht gibt es ja hier den Schlüssel. Eine Batterie. Ein Schlüssel. Schlüssel für den Wartungsschuppen aufgenommen. War da was? So, sonst noch irgendwas hier? Warum ist die Kettensäge weg? Mensch, die hätte ich so gut gebrauchen können jetzt. Alles noch da. Nur die Kettensäge ist weg. Okay. Hoffen wir, dass sie kein anderer hat. Ich meine, hier sehen doch alle so geteilt aus, die Jungs. Machen wir mal ein bisschen Pronto hier. Ich hoffe, dass die Wartungsschuppen... Ein... Und zumachen. Okay. Hier haben wir jetzt... Ach, hier geht's hinten raus. Oder hier ist noch Schuppen. Nur ein Radio. Wer nicht. Okay, der einzige Weg... Ah, ist meine eigene Kamera. Ich dachte, da steht einer. Okay. Das ist keine Tür. Ach, ist das Dach kaputt. Nice Sounds. Oh, was? Äh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war, dass ich das gemacht habe. Unser persönliches Kreuz, hatte ich das schon? Ich habe doch gerade eine Notiz gekriegt. Ich habe doch gerade eine Notiz gekriegt. Merkwürdig. Hier geistert also irgendwas rum. Das hätte man jetzt überhaupt nicht erwartet. Das ist ein Gerüst. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich... Es sind schon wieder alle hier. Ah, da können wir hochklettern. Okay. Erst noch in der dunklen, dunklen Ecke gucken. Ja, immer schön aufs Dach bei Gewitter. Das ist super. Und dann... Schätze mal... Ah, hier übers Dach und dann nach hinten. Hui. Und dann kommen wir in diesen Bereich. Ich muss, glaube ich, nach rechts, würde ich sagen. Das wäre der Bereich, wo ich... Ja, immer hier weiter. Okay. Wenn hier schon so schön... was liegt. Dann muss ich auch da hin. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier nochmal springen? Oder muss ich einfach hier runter? Okay. Was kommt hier denn? Oh. Die ist alle. Deswegen sehe ich nichts mehr. Zack. Ah, schon viel besser. Ja, geht's hoch. Kommen wir denn da rein? Oder sind wir jetzt hier vielleicht richtig sogar? Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, hier war zu. Da ist eine Tür. Okay. Oh. Okay. So. Und ich will sagen, bevor wir jetzt in diese Tür gehen, machen wir wieder eine kleine Pause und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück im Garten der Anstalt. Und wir haben uns hier den ganzen Weg durchgekämpft. Durch den Park. Müssen immer noch den Priester finden und stehen vor einer Tür, die jetzt hoffentlich auf ist. Fuck. Fuck. Dann müssen wir mal gucken, wo es denn hier weitergeht. Eine Möglichkeit wäre ja noch hier hoch. Irgendwie. Ach, die ist auf. Guck mal. So kommen wir natürlich auch hier hin. Priester, bist du es. Muss hier raus? Das ist nur so eine... Das ist gar nicht der Priester. Das ist nur so eine Lampe. Ich kann seinen Geist sehen. Ach, da ist er. Warte mal. Da hinten war noch eine Tür. Da würde ich erst gucken. Aber ich setze mal... Die ist auch so. Jupp. Alles gut gesichert. Warte mal. Was willst du mir denn sagen da hinten? Willst du mir was erzählen? Schon wieder alle. Alle meine Batterien verbrate ich hier. Ich lasse mir einfach zu viel Zeit. So, was haben wir hier? Prison Block. Sehr schön. Warum nicht wieder zurück in den Prison Block? Ach, der ist zu. The Father of the Blood. Okay. Hi. Okay, hier ist sonst nichts. Da hinten. Ach nee, da waren wir schon. Waren wir hier. Oder... Warte mal. Wo müssen wir denn da lang? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Alles. Zu, alles zu. Ach, hier geht's auch noch raus. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Ach, da steht auch noch einer. Da ist auch noch einer. Sind wir hierher gekommen? Der ist auch zu. Wir sind hierher gekommen. Wir sind hierher gekommen. Okay. Nee, wir sind hierher gekommen. Jetzt habe ich es, glaube ich, zehnmal gesagt. Jetzt wissen wir es auch. Hier war ja nichts. Hier war nichts. Dann geht's nur hier hoch. Hier rein. Dann geht's einfach nach rechts. Da war aber auch nichts. Selma geht hier wieder raus. Dann nach links. Also da geht's raus. Das ist die einzige Möglichkeit. Warum ist das denn so dunkel? Hier ist ja sonst auch nichts. Gut, dann müssen wir, glaube ich, da raus. Auf jeden Fall, vielleicht ist der, der Wallrider, dieser Geist, der hier rumgeschwirt ist. Der Fluch. Ich meine, das heißt ja irgendwie Massive Mountain. Hier kann man sich verstecken. Ich höre wieder Ketten. Wo ist der denn? Ich höre wieder. Ich höre wieder. Wall-E. Guck mal da oben, da kommen wir ja hoch. Okay. Ich schätze aber, wir müssen hier lang. Ach, warum ist das denn so dunkel? Taktisch so lange Batterie gespart und dann sowas. Ah, dann kommen wir da hin. Auch eine Möglichkeit. Jetzt sind wir aber auch rumgeklettert wie so ein Weltmeister. Dann können wir, glaube ich, nur noch runter. Ja, um die Batterien aufzuladen. Ja, komm, machen wir es. Musste ich nicht da runter? Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, aber wir sind unten. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind unten. Okay. Wir hätten vielleicht doch da runter gemusst. Wo bist du denn? Lieber Priester. Okay, okay, ja. Hättest du mir sagen können, dass du hier rumrennst? Oh, ich seh schon, ich sterbe gleich wieder. Aber ich glaube, ich muss hier rein. Okay. Ich finde Vater Martin in einer Frauenstation. Er hätte doch jetzt einfach da durchrennen können. Ich schätze, das ist die Frauenstation. Können wir da einfach so rein? Ach, wäre ja auch zu einfach gewesen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Brauche ich noch ein bisschen klettern. Oh yeah! Oh yeah! Ich kriege irgendwie keine Notizen mehr hier. Oh da, so viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Okay. Ich renne immer an den Mauern lang. Dabei sollte man vielleicht einfach nur zum Licht gehen. Okay. Gucken wir mal. Hier ist eine Kiste. Ah ja. Okay, da geht's rein. Oh, wir sind wieder drin. Wir sind wieder drin. Hallo. Warum sagt er, wir sollen uns draußen treffen und sind dann doch drin. Hier ist aber ziemlich scary. Okay, da können wir nicht hin. Du sahst den Wallrider, nicht wahr? Du bist begonnen, zu verstehen. Aber nicht noch. Benutzen Sie die oberen Stockwerke, um Vater Martin zu gelangen. Okay. Irgendwie nach oben. Wir können also wieder klettern. Wir müssen irgendwie klettern. Hier können wir nicht her. Gucken wir mal eben, was hier hinten ist. Okay, da steht einer. War hier irgendwo was? So ein paar Batterien wären jetzt wieder gut. Ah. Hier hätte ich sie auch hingetan. Wir werden sie bestimmt brauchen, so dunkel wie es hier ist wieder. So. Oh, Freund, der da hinten steht. Ist er weg? Okay. Irgendwas Großes ist oben. Oder rennt wieder einer mit dem Schlagstock her. Oh, er kommt nicht zu uns. Ist eh zu. Frisch aufgeladen. Klettern wir mal durchs Fenster. Was ist denn da noch drin? Okay. Yeah. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinem Augenlicht auftaucht. Hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Natürlich. Ach zu. Verspeichert. Okay, ich vermute mal ist er in die Richtung gegangen. Oder in die Richtung. Da ist auf jeden Fall die Treppe. Gucke ich mal eben nochmal da hinten. Vielleicht ist hier ein Ort zum Verstecken. Sowas in der Art, würde ich sagen. Na guck mal jetzt. Mal hier weiter. Das ist so ein spannendes Spiel. Jetzt ist ganz aus. Ach, da sind die Treppen. Ah, da kommen wir nach oben. Einakte! Kurz Einführung in die Wallrider-Mythologie. Für den Betreuungsstab von MRD, Merk of Corp, Hildenweiss. Nur für die unterstützende schriftliche Zwecke. Nicht für den direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schratt bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Sehr deutscher Name, Wallrider. Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringt auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämonen sind selten. Aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja, da hab ich sogar schon mal von gehört. Sehr schön. Mal gucken, ob wir hier auch noch was finden. Ah, dich hab ich gesucht, du. Hier hinten. Ist aber auch noch eine Treppe oder so. Und da ist zu. Du redest nicht mit mir. Ah, guck mal, hier ist... Hier war der Eingang und hier ist auch noch wieder die Treppe. Und Treppe runter. Ich erinnere mich sehr an den ersten Teil, an den Eingang. Oh, noch eine. Oder ist das der Eingang? Nee, ich glaube nicht. Das sieht aber ziemlich verwirrend aus hier. Laundry. Da kommen wir ja her. Ja, gehen wir nochmal hier gucken. Können wir jetzt rauf und runter. Ich geh natürlich erst runter. Wie ich so bin. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wir wirklich runter wollen. Nur um Sachen zu finden. Ja, aber wir wollen Sachen finden. Scheiße. Oh Gott. Wären wir da mal nicht hingegangen. Das war ein Quatsch. Jetzt sind wir schon wieder in der Laundry. Und die ganzen tollen Batterien, die wir gefunden haben, müssen wir jetzt wieder finden. Hier war noch eine. Ja, genau. Die andere war am Eingang. Und der Eingang war... Nicht hier. Nicht hier. Hier irgendwo, glaube ich. Da. Und dann bin ich in den Keller gegangen, wo die Akte war. Und dann bloß nicht auf den Typen zu rennen. Schön leise. Ach, wir haben schon die Akte. Alles gut. Die Akte lesen wir oben. So. Da müssen wir nämlich doch hoch hier, glaube ich. Oder diese andere Treppe. Auszug aus Projekt Paperclip. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy oder Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Geht mir so ein bisschen nach Zweiter Weltkrieg. Oh, great. Okay. Das war also doch die andere Treppe. Die war... Wo war die denn? Ich glaube, einfach auf der anderen Seite. Hier. Genau, mehr gab es hier, glaube ich, auch nicht. Gab es noch was unter der Treppe? Ne, ich glaube, da haben wir auch schon geguckt. Aber hier ist auch zu. Da können wir ja springen. Ich glaube nicht. Okay, also so einfach wird es uns nicht gemacht. So einfach wird es uns nicht gemacht. Dann, äh, ja. Dann müssen wir noch mal in der Schule gucken. In diesem Schulraum. Kommen wir da irgendwo raus? Hier ist aber auch zu. Dann vielleicht doch über den Keller, über die Treppe hier hinten. Oder über die Laundry. Ach nee, hier waren wir ja schon. Genau, hier war der Vorratskeller. Warte mal. Ach nee. Laundry Shoot. Das können wir aber nicht benutzen, um hochzukommen oder so. Zu schade. Wie sind denn unsere Objectives? Benutzt die obere Stoppwerke. Okay. Auch zu. Wäre denn hier noch irgendeine Möglichkeit? Gucken wir mal hier nochmal. Vielleicht können wir ja doch irgendwie springen. Ah. Ja, guck. Ach, guck mal. Hätten wir nur gucken müssen hier. Hier wird es wieder spannend. Moment. Da ist ein Licht. Da ist noch mehr Licht, aber auch Blut. Aber auch zu. Okay. Was? Hierher? Gucken wir mal da hinten. Ich glaube, da war er. Okay. Da müssen wir hin. Das ist unser Platz. Unser Ziel. Warum machen wir das eigentlich? Warum nur? Aber irgendwas war ja hier oben. Irgendwas, was gestampft hat und böse war. Gucken wir nicht her. Einziger Weg wieder. Einziger Weg. Einziger Weg. Hier geht es auch noch raus. Gucken wir mal da hinten gucken. Huh. Schatten. Mein Schatten. Ich habe mich von meinem Schatten erschrocken. Hier kann man sich verstecken. Gut zu wissen. Warte mal. Wo ging es denn gerade da raus? Da. Vielleicht müssen wir doch da hin. Gucken wir mal hier. Das sieht mir so nach Secret aus. Wenn ich mir nicht sicher bin. Oh, da hinten sind Kerzen. Warum ist denn jetzt hier auf? Warte mal. Bin ich da? Ach ne. Ich bin da hergekommen. Von da bin ich gerade hergekommen. Okay. Was haben wir denn hier? Drive in the Nails. Treibe die Nägel rein. Vielleicht ein kleiner... Drive in the Nails. Ein Kreuz. Scheiße. Nicht dein Ernst, oder? Kann man ja den Schrank vor die Tür schieben. Auch gut zu wissen. Die Sicherung für den Wäscheschrank aufgenommen. Wäsche... Sicherung für den Wäscheschrank. Die Sicherung für den Wäschsch... Ach! Für den Wäschschacht. Ah, tschüss. Wieso? Wo kommst du denn her? So. Wo kam der denn her? Da kommen wir über den Wäscheschacht irgendwie hoch. Ich hab gar nicht gewusst, dass hier überhaupt noch einer rumschlawien hat. Das ist ja ein Ding. Huch. Hi. Schläfst du? Machen wir es mal so. Ah, ist zu. Okay, wir müssen gleich wieder irgendwie runter. Pray for Revelation. Okay. Was machst du denn... Alter, was machst du hier? Noch eine Sicherung. Okay. Ist gut. Ich guck mich nur mal eben hier um. Da geh ich wieder. Tschüss. Zwei Sicherungen. Ach so, da war er zu. Dann haben wir hier hinten noch was. Ah, zwei Batterien. Super. Und hier haben wir... Invite the Wall Rider. Wir brauchen bestimmt auch noch eine dritte Batterie. Eine dritte Sicherung. Invite the Wall Rider. Warum brauchen wir drei Sicherungen? Was ist denn mal hier? Batterie. Ich hoffe... Ich hoffe, drei reichen. Drei Sicherungen. Drei Sicherungen sollst du einsetzen. Nicht zwei... Warte, warte, warte. Wir drehen ein Ründchen. Okay. Einmal um den Tisch. Ja, 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 ja. Und Tür zu. Und weiter. Okay. Warum verfolgt er mich denn? Oh Gott. Und, äh, wo ging's denn hier raus? Wo ging's denn hier raus? Not sure. Ah. Sicherung. Ah, hier. Ah. Und da kriegen wir den Schlüssel von... Na toll. So, wieder runter. Ach ja. Runter, runter, runter. Ah ja. Okay. Und dann war doch da irgendwo in der Laundry... Der Sicherungsschacht. Und dann haben wir den Schlüssel für... Keine Ahnung was. Laundry. Da. Okay. Den Schlüssel für den zweiten Stock. Ah, okay. Gut. Dann würde ich sagen, in den zweiten Stock werden wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge begeben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, Schauerland, zurück zu Outlast. Wir haben jetzt den Schlüssel zum oberen, für den zweiten Stock von diesem netten Herrn in rot bekommen. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich einige Notes verpasst hatte. Ich habe es auch selber schon gemerkt beim Durchschauen der Videos. Allerdings ist das jetzt wieder die erste Aufnahmesession, seitdem die ganzen letzten vier Folgen waren es, glaube ich. Ich habe da ein bisschen am Stück aufgenommen. Und wir holen das jetzt mal eben kurz nach. Dann haben wir hier, lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und im schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Das war, glaube ich, als die Cafeteria brannte. Dann haben wir noch das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, das habe ich. Das wird der Wallrider gewesen sein. Auch da habt ihr mich darauf hingewiesen. In den Kommentaren dazu. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht es auch schon weiter. So, kaum eine Weile nicht mehr gespielt, muss man sich wieder an die Steuerung gewöhnen. War ich hier schon drin? War ich hier schon drin? I was not. I have found a battery. Oh, that's very nice. Very nice. Okay. Hier ist auch noch eine Tür, die zu ist. Äh, die Frage ist, welche Tür muss ich jetzt, zu welcher Tür muss ich jetzt? Zweiter Stock. Ich weiß auch gar nicht, ob mir noch Leute rumschlawinern. Noch. Ich höre schon wieder was. Was? Wo? Geht er mir? Bei mir? Och, da. Okay. Ich renne einfach mal weg. Achso, hier war auch noch der zweite. Stock. Stock. Ist da noch einer? Hallo? Okay. Er hat, er hat einen Stock. Oh. Er hat einen Stock. Er hat einen Stock in der Hand. Ich gehe einen Stock hoch. Vielleicht kann ich ihn nicht runterschubsen. Alter, bleib doch einfach. Ja, ja, du mich auch. Kein Blut mehr. Und tschüss. Genauso. Oh, oh, the fuck it. Warum verfolgt er mich? Wo kommt er her? Gott, 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 Gott. Treppe hier, Treppe da. Ist auch noch eine Tür? Oh. Zack. Es ist immer noch fucking dunkel hier drin. War ich schon in diesen Klos. Hier gibt es aber auch nichts. Warum sieht er mich eigentlich... Und ich sehe ihn nicht. Nee, warum... Ja, genau. Warum sieht er mich eigentlich im Dunkeln? Ich lasse ihn reinkommen und dann renne ich raus und mache die Tür zu. Guter Plan, wo? Wenn er in den reinkommt. Hallo? Okay, er ist anscheinend weg. Eine Batterie. Oh, Gott. Da ist zu. Ich habe auch keinen Schlüssel dafür. Hier. Ich muss doch jetzt irgendwie wieder hochkommen hier. Vermaledeit. Oh. Hier ist wieder... Warum dreht er sich? War das vorher schon so? Warte mal. Vielleicht... Ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich auch hier hoch. wieder. Und ich meine... War das gerade auch schon so? Ich meine, hier gab es auch noch einen... Eine Tür. Ah. Okay. Somit kommen wir einen zweiten Stock in den... Ist ja in den zweiten Stock. Wir sind ja jetzt im ersten Stock. Und damit... Begeben wir uns jetzt wieder auf unbekanntes Torrent. Und müssen gleich wieder springen. Follow the blood. Once again, follow the blood. Ich muss mal eben gucken, wie viel Platz habe ich denn hier zum Rennen und Springen. Ich hoffe, das reicht jetzt. So viel dazu. Kein Problem. Wir versuchen es einfach nochmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Kein. Wir haben ja Zeit. Eine komplette Folge. Nur der Versuch, hier eine Treppe hochzuspringen. Oder aber... Ich muss hier irgendwie an der... Ne, hier kann ich an der Seite. Kann ich ja nicht, ne? So, jetzt reiß ich mal zusammen. Hoppsa. Ah, na also. Neues Ziel. Folge der Blutspur. Ach, und noch eine Batterie. Komm, dann gönnen wir uns mal den Luxus hier. Warum auch nicht. Und laden wieder auf. Eine kaputte Kamera. Okay, was haben wir hier? Zu, natürlich zu. Jetzt müssen wir... Achso, die Blutspur. Jetzt müssen wir den Pastor finden. Folgen Sie auf jeden Fall der Blutspur. Gehen Sie nicht den Weg, der keine Blutspur hat. Weil dort finden Sie... Menschen mit Funkgeräten. Der sieht aber nicht so aus, als ob der mal eins... Der sieht so ein bisschen wie ein Swat-Mensch aus, aber... Hat ein Funkgerät. Naja, whatever. Hier kommt man nicht durch. Da kommt man sowieso nicht durch. Da sind wir, diese Typen mit den... Warte mal, ich kann doch hier... Was hat der da gemacht? Okay, hier müssen wir wieder springen, glaube ich. Warum ist die Kamera so am Flackern? Achso, ist gar nicht die Kamera, ist das Licht. Okay, springen wir. Und das alles mit zwei Fingern weniger. Ich kann mich tatsächlich unter diesem Bett verstecken. Es wurde gesagt, ich hätte mich beim Dock, hätte ich mich unter den Betten verstecken können. Aber irgendwie sehe ich da nicht so viel Sinn, wenn man da durchgucken kann. Fuck it. Was? Wolli! Ich glaube, es ist nicht wirklich... Eine Batterie. Ich glaube, es ist nicht wirklich geplant, dass ich hier hin musste. Wieder 10 von 10 Batterien. Ich bin der absolute Batteriesammelkönig. Ah, gestapelte Betten. Nice. Und dann komme ich hier hin. Gut. Der Wallrider hat mich ja quasi so ein bisschen geführt. Er hat ja quasi gezeigt, wo ich wieder hin muss. Jetzt muss ich da hinten hin. Aber ich will ja immer alles absuchen. Der Drang, alles abzusuchen. Verdammt. Da bin ich eingebrochen. Was haben wir hier? Ein Klo. Nein. Schon wieder Batterie, alle. Das kann doch nicht wahr sein. Wer pennt denn hier auf dem Klo? Hey, eine Batterie. Kein Problem. Wir laden nach. Wir füllen auf. So geht das. Zack. Äh. Neun. So. Man musste sich natürlich erst hinknien. Sonst geht das immer im Stehen. Keine Ahnung. Hier geht das im Knien. So. Hier ist das Blut. Okay. Klare Anweisung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wartet Böses auf mich. Muss man eben gucken. Sehe ich denn noch Blut irgendwo? Da hinten ist noch... Ich hoffe, hier kracht jetzt nicht wieder der Boden ein. Da geht es noch lang. Ist aber auch dunkel. Warum liegen denn die Matratzen alle in der Ecke und die Betten sind hier gestapelt? Und das im Frauenhaus. Okay. Hier können wir her. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit. Ich gucke mal eben hier hinten. Ein Journal. Yeah. Also yeah. Und diesmal drücke ich die richtige Taste. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce. Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. 52 bis 64. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft. Selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehnte. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass dies eine andere Form einer Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce. Wegen mir musste er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, sorry Mrs. Jackson, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte. Aber sie lädt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass die Ärzte es nur gut mit mir meinen und mithilfe der Männer von der Regierung, mithilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tablette nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Träume. Okay. Sonst haben wir, glaube ich, nichts hier. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Da gab es auch nichts. Nö. Gut. Einmal hier schauern. Zu! Was? Wie? Wie jetzt zu? Wo muss ich hin? Das ist doch der einzige Weg. Kann ich irgendwo oben hin? Ich bin hart verwirrt gerade. Hier ist alles vernagelt. Warum ist da zu? Ich kann es nicht glauben. Ich versuche es einfach nochmal. Gehen wir mal zurück. Ach, hier ist... Ach, da sind... Da sind wir raus. Und hier... Hier können wir auch noch hin. Es ist überall dunkel. Ach so. Da sind wir rüber gesprungen. Also mussten wir hier hin. Dann gucken wir erstmal da. Gehen wir erstmal in die Richtung. Hier haben wir wieder irgendwas. Nee. Doch nicht. Ich dachte eine Batterie. Warum gerade jetzt? Immer wenn es spannend wird. So. Fresh aufgeladen. Da sind wieder Kerzen. Ich komme natürlich nicht her. Ah, das Blut weist uns den Weg. Oh! Wo ist da... Was ist da passiert? Ich habe gerade mein Ding jetzt ausgemacht. Ach, das sind meine eigenen Schritte, die ich da gerade gehört habe. Okay, ich wollte hier nochmal eben gucken. Oh, ihr sind... Lie. Lüge. Okay, wir haben eine neue Note, die ich diesmal nicht verpassen werde, zu lesen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultrat CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Hm, das Summen hört nicht auf. Okay. Ich glaube, hier ist der andere Weg, wo wir schon hierher gekommen waren. Wir haben nur eine Runde gedreht. Ja, hier ist dieser... Okay. Alles klar. Dann müssen wir jetzt da rein. Ich schätze mal, der ist auch wieder... Oh! Oh, fuck! Freunde, Freunde! Freunde! Ich weiß nicht, warum die Türanimation fehlte. Auf einmal stand ich da im Raum. Was sagt er denn? Ich würde ja nochmal zurück, aber... Nee. Auch wenn ich jetzt vermeintlich was... Von der Story verpasst habe. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht hier irgendwo rum. Und kommen wir jetzt wieder da raus oder so? Ach, wieder Jump'n'Run hier. Ich liebe es. Herrlich! Köstlich! Scheußlich! Da hinten kommt man auch hin. Irgendwie. Nee, nicht wirklich. Schade. Okay. Da auch nicht. Das ist unser einziger Weg. Meine Kamera! Meine Kamera! Verdammt! Nein! Nicht recht! Nein! Scheiße! Oh, fuck! Wer ist da gerade unten reingekommen? Ich muss doch jetzt nicht im... Du brauchst deinen Campcaller, um nicht dunkel zurechtzufinden. Nice! Nice! Wer ist denn da gerade reingekommen? Ist doch eine Ebene runter, oder was? Gehen wir einfach mal hier hin. Hier ist bestimmt richtig. Hier ist alles zu. Ich hoffe nicht, dass die Nacke da ist, jetzt hier sind. Die mich essen wollen. Ich habe was. Da kann ich die rein. Ich will mal eben da hinten gucken, wegen Journals und so. Ah, hier haben wir was. Eine Batterie. Eine Batterie. Eine Batterie, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich ja jetzt keine Kamera mehr habe. Ach, das ist... Ach, nee, ich weiß nicht. Jetzt noch so komplett im Dunkeln, da ist es noch schlimmer. Ja, ihr habt sie doch nicht mal alle. Ein Glück kommt man hier hin. Schränke in Sicht. Schränke wären gut. Ich will Schränke. Sieht nach Duschen aus. Hi. Mr. Wasserstrahl. Da geht's runter. Okay, wir kommen eine Ebene tiefer. Das heißt, irgendwo da könnte meine Kamera gelegen haben. Runtergefallen sein, so. Ich ahne, ich ah... Ich hab das... Warum ist hier jetzt eigentlich auf einmal wieder Licht? Vorher war es das nicht. Okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist zu. Alter, was? Warte, ich muss mich erst mal wieder richtig hinsetzen. Okay. Und auf dem Kabel sitze ich auch noch. So. Es geht weiter. Hallo. Ich suche nur eben, ich suche nur eben was. Bleibt cool. Warte mal, hier liegt die ja nicht, ne? Leute? Okay. Cool bleiben. Alter, wenn ich jetzt nochmal gejumpscared werde, dann kriege ich, kriege ich einen Herzinfarkt hier. Kamera, wo bist du? Seemed slagged. Da liegt sie. Ja, ja, ja. Warum nimmt er sie nicht? Ich muss jetzt einmal rum. Das darf doch nicht wahr sein. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Nice. Fuck it. Ich verliere. Nice, nice, nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, finde einen Weg in den zweiten Stock. Zack. Immer diese Hektik. So, ich hoffe, das verschafft mir etwas Zeit. Hast du noch ein Journal für mich? Hi. Du vielleicht? Nein, nicht. Okay. Kann ich jetzt zumachen? Nein, kann ich nicht. Okay. Zweiter Stock. Ach nee, ist ja zu. Äh, ist auch zu. Ist sowieso zu. Zu. Da war zu. Zu. Okay. Ich muss also zurück. Durch die Duschen. Komm ich da hoch? Okay, da komm ich zurück. 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 Da vielleicht? Nein. Doch, da komm ich zurück. Okay. Ich komm wieder zurück in den. Oh, ich hoffe. Geschweichert. Okay. Okay. Boah. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break. Und finden unseren Weg in den zweiten Stock dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland. Zurück zu Outlast. Wir sind gerade vor so ein paar Idioten geflüchtet, weil wir unsere Kamera holen müssten. Doch die haben wir jetzt. Ist leider ein bisschen kaputt auf der linken Seite. Und müssen jetzt irgendwie wieder zurück in den zweiten Stock kommen. Aber ich glaube, so schwer sollte das gar nicht sein. Zehn von zehn Batterien habe ich noch. Batterientechnisch bin ich sehr gut dran. Aber wir müssten jetzt eigentlich nur hier durch, glaube ich. Und dann kommen wir oben hin. Weil oben war leider dunkel. Deswegen brauchten wir unsere Kamera. Irgendwo schlawinern aber auch die Menschenfresser hier rum. Die mich nur zu gerne vernaschen würden. Da hoffe ich. Dass die noch fern sind. Ach, dass diese Kamera jetzt kaputt ist. Das ist noch beschissener jetzt. Aber so kommen wir ganz leicht hoch. Sind jetzt hier. Und dann sollten wir jetzt auch bald weiterfinden können. So. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich hoffe, ich habe während der Flucht nicht wieder irgendwelche Notes verpasst oder so. Na, jetzt ist das auch schon wieder alle. Aber wir haben ja genug Batterien. What the luck. Hops. So. Der Verwaltungsblock. Wie finde ich denn den Verwaltungsblock? Hier ist zu. Ach so, Follow the Blood. Da sind wir rausgekommen. Beim letzten Mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Das wäre der gesamte Block. Äh, die gesamte Treppe. Was war das? Okay. Muss ich da rüber? Ist da irgendwas? Ich gehe mal hier hin. Hier ist alles so scheißen kaputt. Ich würde sagen, wir kommen hier irgendwie da rüber. Und dann. Und dann können wir irgendwie. Da können wir, glaube ich, nicht rüber. Weil da was voll steht. Aber wir können einfach hier runter. Hi. Du tust mir ja nichts, wa? Welcher denn? Welcher Weg? Hey. How do you know you're not a patient? Ach so, ducken. Da war gerade eine Heavy-Ruckel-Party. Ich hoffe. Ach, diese Vorhänge. Dieser Regen. Echt. Ich hasse es. Ich hasse es. Geschweichert. Okay. Verwaltungsblock. Chapel Cafeterie. Ach, guck mal. Wir sind wieder vorne. Jetzt sagt nicht, der Walker rennt hier wieder rum. Nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck it. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wir rennen einfach mal weg. Ach, er reißt meinen Körper runter. Das, äh. Ich hatte schon mal gesehen, dass mir irgendwas abgerissen wurde. Ich wusste aber nicht, was so. Darf ich jetzt wissen? Dass er da reinkommt. Naja, er kommt da nur rein. Okay. Da kommt er raus. Jetzt nur die Frage, wo wir hin müssen. Ach, wir sind hier schon wieder. Nee, sind wir gar nicht. Hoi. Oh, fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, mein Freund. Ist natürlich zu. Das war's dann wohl. Ja, 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 ja. Oh, das ist hart. Das wird hart. So, Walkerchen. Nochmal, wir zwei. Ach, hier war zu. Hier ist noch weniger als nichts. Vielleicht kommt er ja eben vorbei und wir können eben warten. Wenn wir hier im Dunkeln warten, vielleicht sieht er uns ja nicht. Wenn er denn hier herkommt. Ich weiß ja nicht, wo er sonst so rumschlawinert. Diese Effekte auf der Kamera sind jetzt noch verstörender. Okay, er tritt eine Tür ein. Interessant. Ah, da oben geht's hoch. Hab ich das letzte Mal nicht gesehen. Ah, da waren wir schon richtig in diesem Raum. Und dann geht's nur... Ach man, warum? Warum? Da kommen wir eh nicht raus. Oh Gott. Okay, du bist aber definitiv tot, glaube ich, wo? Linke Maustaste zum Benutzen. Okay. Ich komme schon mal raus. Warte, dann will ich mal eben nochmal da hinten gucken. Da kamen wir ja auch raus. Oder da konnten wir zumindest in die Richtung gehen. Und ich hoffe, dass Walkerchen uns jetzt nicht wieder irgendwie nervt hier. Wo kommen denn da raus wohl? Ein Journal. Nimm das Journal, verpiss dich. Das können wir gleich im Schacht lesen. Und weg. So. Da gucken wir mal. Billys Träume. Hey Cindy. Hatte einen weiteren interessanten Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernick über seine Therapie am weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorenfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur Vampirähnliche Falter den Wallrider töten. Die von einem Dämonen namens Horetzk ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn mich das nächste Mal außerhalb von Mercos Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann. Oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein, Smiley. Ist ganz schön einsam hier oben auf zwei. Cut. Okay, Schweine, 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 Schweine. Der Walker sagt ja immer Piggies. Vielleicht. Da bildet sich gerade so ein bisschen Story bei mir im Kopf. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also Billy, Billy Wallrider. Wenn er der Wallrider ist. Also Billy ist der Wallrider. Aber warum fliegt dann dieser Geist hier rum? Und wenn irgendwas mit Schweinen ist und der Walker immer sagt, er sucht die Schweine, die Piggies. Ach, die Library wieder. Hat die einer aufgeräumt? Hat hier einer aufgeräumt? Ach, eine Akte. Bin mir nicht ganz sicher. Ne, da kommt man nicht raus. Naja, lassen wir die Theorien und, äh, die Terrorien. Und genießen jetzt einfach mal weiter das Game. Zum Beispiel mit einer nächsten, äh, Akte. Ah. Vordringen in das Geisterreich. Berlin. Oh, 6. September 38. Ganz schön, aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Herr Lohner und Doktor mit Rogge. Äh, ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit Art Turing entstanden sind. Und, Turing war schon mal, wurde schon mal erwähnt. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der gleitenden Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Rudolf Wernicke's Erfolg unsere Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Jetzt sind wir wieder back to the Zweite Weltkrieg irgendwie, storymäßig. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier im Bereich vom Anfang. Genau hier an der Treppe. Was? Was? Ok, qui nom ? Was ? Chapel, Reception Hall Library, Lobby Da geht's zur Lobby, da geht's hoch Kann ich nochmal den Aufzug drücken? Kann ich nicht, okay Ich muss also den Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum, okay Ich muss erstmal in den Aufenthaltsraum Wo finde ich den Aufenthaltsraum? Ach, hier rannte doch der Walker rum Auf der Seite, genau Dann sind wir hier hoffentlich richtig Musik Das sieht doch ein bisschen nach Aufenthaltsraum aus, oder? Und das sieht nach Gas aus Gas leck Ich geh einfach mal da hin Irgendwas knackt hier Ganz schrecklich Ach, ich kann in den Schrank Ach, ich Ich dachte, ich finde was in dem Schrank Warum geh ich in den Schrank? Radio Zu Okay, hier gibt's schon mal Ach, da oben Komm ich da hin? Nee, da komm ich nicht hin Ach, ne Leiter Klar Klar soweit Damit komm ich nach oben Und dann? Warte mal Ach Okay Die Geschichte wieder Klar soweit Verstanden Wenn's jetzt so ein bisschen spooky wird Also so ein bisschen Also bisher ist ja irgendwie alles noch so Mehr oder weniger Logisch erklärbar Das macht die Sache so So ziemlich Ziemlich gruselig Aber wenn jetzt irgendwas mit Mit Geisterwelt und so wieder reinkommt Das will ich jetzt ehrlich gesagt Nicht ganz so Toll Finn Hi Schade Ich dachte, du spielst weiter Okay Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Schränke Wo man sich potenziell drin verstecken kann Ich hoffe Der erschreckt uns nicht gleich Ist das der auf Da jetzt Raum Ich glaube schon Oh Gott Jetzt Licht Exit interview Recorded December 27th 1985 In Los Alamos, New Mexico Clearance Sierra Alpha Subject Dr. Rudolf Wernicke 14866 The films Are real There was no alteration To the footage At all No trickery Not In June of 1943 You recorded three instances Of spontaneous bleeding Half a dozen test subjects The overwhelming fear The overwhelming fear The overwhelming fear The ecstatic rage And English birds are insufficient More than hope A human mind in that environment Is capable of extraordinary things You're saying You're saying the experiment needed You're saying the experiment needed A proximity to death To overwhelming madness Only a test subject Only a test subject Who had witnessed And the horror Was capable Of activating the engine Do you believe Your test subjects Achieved something Supernatural No Do you think That they contacted Something supernatural Nothing Is supernatural Then what was it You said Project Wallrider Was a gateway A gateway to one Ja was denn Hier du stehst jetzt hinter mir Was haben wir denn gekriegt Hier für eine Information Das Wernicke Entlassungsinterview Der Mann klingt wie Dr. Seltsams Anämischer Bruder Anämischer? Anämischer? Wie spricht man das aus? Keine Ahnung Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme Ein Interview direkt mit Dr. Wernicke Los Almos bedeutet Regierung Wernicke spricht über spontane Blutungen Tumore Psychosomatische Reaktionen Bei bereits verhaltensgestörten Menschen Er scheint auf einer Gratwanderung Zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein Nur eine Versuchsperson Die genug Grauen erlebt hatte War in der Lage Die Maschine zu aktivieren Der morphogenetische Antrieb Der morphogenetische Antrieb Der Antrieb Den Film Den sie zeigen Er setzt sich in meinem Kopf fest Wie der Ohrwurm Eines Musikstücks Ich blinzele und sehe Rorschach-Tests Die wie ausschwärmende Insekten Und infizierte Operationswunden aussehen Die Patienten sprechen davon Den Antrieb zu benutzen Um den Wallraider zu beschwören Es ist das Summen, das ich höre Es ist in meinen Knochen Okay, alles wird so ein bisschen strange Okay, er hat ja gesagt Wir müssen zum Licht gehen Wir können nicht spielen Wir müssen zum Licht gehen Dass dort der Schlüssel ist Das ist definitiv das Kino hier Oh Gott Hallo Ich Oh, Kaffee Ach, weitermachen Ach, wir sollten vielleicht mal nachladen Dann sehen wir auch mal wieder was Zack Und schon sieht die Welt ganz anders aus Ich will nochmal gucken, ob wir hier was verpasst haben Wo ist denn unser Freund Der Klavierspieler hin Vermutlich hier Wie ist irgendwie danach die Tür zu schließen Ich weiß auch nicht warum Hier sind wieder Schränke Hier sind wieder nichts Okay Ich will sagen, bevor wir jetzt in diese Tür reingehen Machen wir eine kleine Pause Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Hallo und herzlich willkommen im Schauerland Zurück zu Outlast Wir müssen wieder der Blutspur folgen Wir sind gerade im Kino Und müssen einen Schlüssel finden Den wir hier irgendwo vermuten Damit wir weiterkommen Ich habe jetzt schon wieder glatt vergessen Wohin wir mit diesem Schlüssel müssen Der Walker rennt hier ein bisschen rum Und irgendeiner, der gerade Klavier gespielt hat Rennt hier auch noch rum Hier ist wieder Ich komme einfach mal neben dich Nee Ich dachte ich könnte aufmachen Okay Rennecke muss ich finden Aber ist der nicht schon tot? Hier ist wieder das Kino Geht sie da raus Da liegt eine Ah, hier liegt eine Notiz Okay, eine Akte Sehr gut Geht sie hier vielleicht raus? Nee, das ist zu Okay Das heißt, wir waren wirklich nur Wegen der Akte hier Ups Nee, das war falsch Falsch, falsch, falsch Nekrotisierende Fasziitis Was? Mach dir schön regelmäßig deine Hände Nekrotisierende Fasziitis Wirklich? Verdammt, ich kündige Fleischfressende Bakterien Ach Das Face Deswegen wahrscheinlich Sehen die alle so komisch aus Eieieieieiei Das Nee Das Boah Das ist ja jetzt überhaupt nichts für mich So Zu Natürlich The only way Down under The table Into the world Open the gates Carefully Okay, in die Richtung. Und jetzt wieder zu. Bums. Das scared mich doch. Das scared mich hart. Immer wieder, immer wichtig. Batterie, nimm sie richtig. Hier ist wieder ein Schrank, also... Hinter dem Licht. Hinter dem Licht. Da liegt der Schlüssel. Ist er abgehauen? Okay, wie komme ich denn jetzt hier rein? Andere Seite. Hat die Tür zugemacht? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das... Oh Gott. Jetzt verteilen sie zum Schluss aber noch echt... Echt nochmal alle Jumpscares. Ich dachte, da liegt was. Deswegen habe ich gerade eine kleine Pause gemacht. Nein! Hierher! Okay. Gut wäre jetzt, wenn der Walker reinkommt. Das hätte mich jetzt wirklich gescart. Aber machen wir es mal so. Das ist aber auch eine... ...schreckliche Atmosphäre gerade. Hier ist jetzt wieder auf? What the fuck? Ich nehme erst mal den Schlüssel. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Nächste Quest. Finde Vater Martin in der vierten Etage. Warum war da jetzt auf? Das... ...gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich will einfach nicht. Ich muss zurück, aber ich will nicht. Komme ich da jetzt vielleicht her? Ist hier jetzt vielleicht auch auf? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn man da jetzt rausgekommen wäre. Und du bleibst schön in deinem Schrank. Du springst jetzt nicht raus. Okay. Wenigstens einer, der sich... Das hört sich irgendwie nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Totally not. Ich muss mal eben gucken, ob ich... Ob der Walker da irgendwo rumrennt? Die Musik ist schon so bedrohlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Exit. Da rennt zumindest einer rum. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Exit. Wir sind jetzt mal so freundlich. Mach einfach mal so. Wo sind wir denn hier? Ich überlege die ganze Zeit... Ich überlege die ganze Zeit, ob wir hier schon mal waren. Ah ja. Okay. Wir sind wieder im... Eingang... Im Eing... Hey. Hi. Warum flackerst du so, mein Freund? Und immer noch die Machete in der Hand. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt den Schlüssel hier haben. Ja, das ist der Schlüssel. Wir sind uns also immer noch auf der... auf den Fersen. Warum sagt Vater Martin eigentlich, wir treffen uns draußen und dann rennt er hier so wie wild durch die Gegend. Warum machst du hier zu? Ich will doch da rein. Ich muss bestimmt da rein. Jetzt muss ich wieder einen anderen Weg gehen, der mich total skärt und so. Ach, der Fahrstuhl. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Okay. Das klingt ja schon mal wieder so, als ob wir einen Schlüssel finden müssen. Warum nicht? Ah, lecker. Wieder eine Küche. Okay. Okay, da gucken wir später weiter. Sollen wir hier? Chapel. Cafeteria. Reception Hall. Ach, müssen wir nicht in die Chapel? Da ist eh zu. Das heißt, unser Weg führt durch die Küche. Wir machen erst mal zu. Können wir jetzt in Ruhe hier rumgucken. Hier gibt es auch wieder den Fertigfraß. Das ist super. Wer steht da? Ich glaube, es ist nicht Vater Martin. Ich glaube, es ist irgendein anderer. Aber zu dir kommen wir dann gleich. Können wir uns im Eisfach verstecken? Nein, können wir nicht. Ich höre Kirchenmusik. Sind wir in einer Kirche? Aber das ist doch nicht Vater Martin, oder? Hey. Warum so traurig, mein Freund? Wo starrst du hin? Wacht der Regen dich nachdenklich? Fleisch fressende Bakterien erklären also das Aussehen. Das finde ich jetzt schon mal gut, dass es wieder logisch, logisch erklärbar ist. Da bin ich ja mal ein Freund von. Von logisch erklärbaren Dingen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ach, eine Batterie. Mit Funkgerät. Ei, 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 ei. Zu, warum? Warum zu? Warum zu? Da oben geht es lang. Oder? Ja, warte mal. Wir waren in der... Ach, da ist auch noch eine. Okay, hier gibt es nichts. Manchmal muss man auch einfach nur mal innehalten und ein bisschen die Atmosphäre genießen. So ein Gelaber stört er dann nur. Ah, wir können eine Runde Pool-Billiard spielen. Pool-Billiard, wäre das jetzt richtig? Internet! Ah, scheiße. Das ist was? Okay. Ja, mach du mal weiter. Wir haben eine Note gekriegt. Natürlich unter N. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. 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 Können wir hier irgendwas machen? Eine Runde spielen? Ich glaub nicht. Okay, gucken wir mal hier weiter. Das Ende. Aber hier ist ein Spalt, durch den wir uns dreck. Können denn noch ein Beten da? Ich will dich ja nicht stören im Gebet. Du hättest aber wenigstens die Lampe aufheben können. Er lässt sich auch nicht durch Telefon stören. Das ist schon mal gut. Und jetzt sind wir hier. Achso, du bist hier gerade reingegangen. Okay. Okay. Ich will dich nicht stören. Komm mal. So, dann können wir jetzt da lang gehen. Wir können noch mal kurz aufs Klo gehen. Bei dem Schreck muss man sicherlich die eine oder andere Wurst erstmal abdrücken hier. Dachte sich auch jemand anderes, so wie die Klos aussehen. Aber Klopapier ist noch da. Das wichtigste Element überhaupt in diesem Spiel. Klopapier. Please wash hands. Jupp, jupp, jupp. Wir wollen ja nicht, dass die fleischfressenden Bakterien hier... Noch einer. Zwei. Batterien, Journals, ich kaufe alles. Okay, weitermachen. So, hier sind aber noch mehr Türen. Und noch mehr Betende. Okay, hier ist sonst nichts. Also auch wieder zu... Oh, nee, nicht rein. Raus. Nicht... Nee, komm. Äh. Okay. So. Haben wir die auch erledigt. Ein paar Türen haben wir noch. Ganz schön viele, die hier beten. Aber hier ist noch recht ordentlich. Die sind mir sympathisch, die Betenden. Wer betet, kann ich hinterher kaufen. So dachte er. Sofort wieder weg. Ah, warte mal. Wir kommen hier raus. Ich verstehe. Ich verstehe. Lassen wir die Tür mal auf als Hinweis. Aber erst noch mal nach Journals suchen. Ah, jawoll. Ja, 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 ja. Ist dieses Flackern der Kamera eigentlich immer zufällig? Und die Tür zumachen, wo wir nicht mehr rein müssen. Ist das Flackern eigentlich mal zufällig, oder? Ach so, da ist ganz dunkel. Na, eben hier gucken. Ja. Eine aufgeladen, eine gefunden. Und noch mal eben ein Journal lesen. Äh, das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittesteller, der unseren Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay. Judas, der Verräter, der Jesus verraten hat, ist also eher, da geht's nicht weiter, müssen wir also doch aus dem Fenster raus, ist also eher Satans-Anbieter-Kult-Dingswams. Also ganz, ganz klar ist mir das jetzt noch nicht. Ach, da wäre auch noch ein Fenster auf gewesen. Müssen wir da rein, oder müssen wir da, ach, da geht's gar nicht lang, okay. Was heißt, es geht nur in den Raum? Am liebsten würde ich ja jetzt einfach hier abhauen. Kann ich hier jetzt nicht so eine Regengrinne runterrutschen? Gott hates sickness. Ich dachte, Gott hates us all. Der wollte bestimmt nur alleine sein. Ach, hier ist die Tür, wo wir... Ach, okay, okay. Okay, Chapel. Können wir jetzt eine Messe mitmachen, oder was? Gott hates money. The street who... Was? God awaits... Provides... Was? God always provides a way. Okay, warte mal. Dann muss ich, glaube ich, noch filmen. Vielleicht kriege ich dann noch irgendwas. Ne, leider nicht. Okay. Ähm... Hallo? Nicht euer Ernst, oder? Da ist eine Messe, oder so? Alter, der... Was? Bin ich hier richtig? Muss ich da rein? Alter, die fressen mich doch gleich. Ah, probier mal. Ja. Du küsst mich nicht, ne? Warum bist du so blutig? Okay, gehen wir einfach mal da rein. Wird schon richtig sein. Machen wir, was das Spiel von uns will. Ein Schlüssel! Und hier ist es. Und hier ist es. Du wirst. Mein Resurrection. Und zusammen, wir werden frei. Du bist der Vater in der Gefahr. Ich habe dich fixiert. Es wird dich zu Freiheit. Wir werden alle von uns leben. Du, mein Sohn? Warum? Ich halte noch drauf. Ja, ja, genau. Oh Gott. Ja, ja. Pulitzerpreis und so. Okay. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Ich komme hier nicht mehr hin. Alter, ihr seid doch alle krank. Alle krank. Kranke und aufgeschnitten und wieder zusammengenäht. Und... Okay. Jetzt, wo der Priester weg ist. Ja, klar. Er macht noch einen Gruß. Ihr wollt mich nicht essen. Wirklich nicht. Okay, ich komme hier raus. In den Schacht. Hoffen wir, dass das richtig ist. Oh Mann, dieses Spiel... Dieses Spiel... Macht einen doch fertig. Hier kommen wir raus. Ah, okay. Jetzt ist hier wieder... Okay. Hier waren ja die Zimmer, ne? Mit dem Beten, ne? Okay. Hier waren ja die Zimmer, ne? Ohohohohoho. Äh... Ah ja, der Raum. Huh. Okay. Oh, warte, 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 warte. Zack. So. Wo muss ich denn? Wo? Ach, da hinten, Exit. Ah. Aber da ist zu. Da ist zu. Wo muss ich denn lang? Bin ich hierher gekommen. Ist auch zu. Hier ist... Acht, wieder die Cafeteria. Okay. Und dann, und dann, äh... Und dann, und dann, und dann... Was? Oah. Warum ist da jetzt zu? Ach, hier. Komm da rein! Ja, 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 ja. Oh Gott. Die Küche. Durch die Küche. Aus der Tür. Boah. Ich glaub, wir haben's geschafft. Okay. Wir können jetzt in den Aufzug. Das ist sehr erfreulich, weil, äh... In die Freiheit gehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zurück, äh... Bei Outlast. Wir haben den Schlüssel für den Aufzug. Und können nun in die Freiheit, wie der Priester sagt. Aber ich glaube, er war ein bisschen verrückt. Weil er hat sich nämlich verbrannt. Von daher... Bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich in die Freiheit kommen. Ich... Ich drücke jetzt einfach die linke Maustaste und wir werden schon gehen. Und einfach hoffen, dass... Der Spuk vorbei ist. Und wir rauskommen. Und, äh... Frei sind. Und uns lieber haben. Und so weiter. Wir sind zumindest schon mal unten. Boah. Alter, was? Okay. Es geht drunter. Es geht... weit drunter. Es geht... sehr weit drunter. Es geht... Finde einen anderen Weg nach draußen. Let go... Jetzt. Äh... Komm. Warum immer? Warum immer? Was? Jetzt mal ehrlich. Speichert. Okay. Deswegen hat es wieder gerade geruckelt. Nein, 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 nein. Ich... Ich drüge da nicht rein. Hä? Okay. Wir sind tatsächlich im Berg. Irgendwie habe ich das die ganze Zeit vermutet. Dass irgendein Teil dieser Story uns noch in den Berg führt. Ich mache erst mal zu. Sicher ist sicher. Hier sieht es aber recht modern aus. Okay. Holy... Fuck. Merkhoff Corporation. Das ist mal... Fucking strange hier. Was... Was ist denn... Schon wieder falsch. Was ist denn hier? Ach, guck mal. Wir hatten noch einen Text über. Ich kann es nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay. Unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Das habe ich auch gedacht. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen sie keinen und sagen sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie die Welt es erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Merkhoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Okay. Scheiße. Okay, wir sind kurz, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Was ich auch so ein bisschen verstehen kann. Ich meine... So langsam hat man doch echt genug hier. Es sieht übrigens die ganze Zeit aus wie ein USB-Stick, dieses Logo. Ich muss die ganze Zeit denken... Ich denke die ganze Zeit, ich muss irgendwo... einen USB-Stick finden, den ich jetzt dann irgendwo reinstecke oder so. Wieder gut gespeist hier. Gut, wir haben nur einen Weg und der geht da durch. Aber vorher lesen wir das Journal. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23 Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn entbrannt und aufgewühlt stürzte ich von Dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzusinnen. Okay. Jetzt sag nicht, das ist hier so eine Wiederbelebungsscheiße oder sowas in der Art. Ich hoffe, hier unten warzt jetzt nicht mehr allzu Böses auf uns. Bestimmt nicht. Aber was kann denn hier sein? Was kann hier nur sein? Irgendwas, was mit mächtiger Wucht Menschen gegen Wände haut auf jeden Fall. Dass das Blut nur so spritzt in Fontänen an die Wände. Okay. Das sieht nach einer Tür aus, die keine ist. Okay. Folgen wir den Kabelschächten. Block A. Dringen sie bis in Block Z ein. Morphogenic Engine Chambers. Was? Momentan ist das hier unser einziger Weg. Der einzige Weg. Der auf ist. Ich muss mal eben gucken, was uns hier so erwartet. Noch mehr Leichenteile. Leichenteile la... Alter, was? Aber hier kann man sich zumindest einloggen. Das sieht alles sehr modern aus hier unten. Bis auf die ganzen Innereien und so ist das eigentlich sehr, sehr schön hier. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ist sehr modern, habe ich das schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da hinten schon gefilmt habe. Ich muss es mal eben machen. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Nö. Nichts verpasst. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Ah, ein Journal. Viel lesen. Viel Story. Projekt Wallrider. Abduktionsbericht. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden. Um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Merkow Korps entspricht. Sierformular 4083. Autor. Jennifer Rowland. Anmerkung. Meine vierzehnte Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen. Mit ähnlichen Effekten wie bei menschlichen Wachstumshormonen. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. What the fuck? Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Merkauf-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemische Fixierung haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. Was zum Teufel machen die denn? Haben die denn hier für Experimente gemacht? Und was ist mit den Leuten passiert? Patient 1287b. Also es sind über 1200 Menschen, die hier unten anscheinend. Auf die Art und Weise... Ja, okay. Okay. Matsch, 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 Matsch. Delivery Exit. Oh, Warenausgang! Matsch, 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 Matsch. Noch ein paar Schwuren hinterlassen. Matsch, 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 Matsch. Bisschen malen, so. Ausgang bestimmt super. Ich dachte gerade, was ist das? Irgendwas kommt doch eh gleich von hinten und scared me. Die Tür, die Tür. Warum? Ausgang, Freiheit. Jawohl, ja, wir kommen schnell. Ich schlage einfach die scheiß Scheibe ein. Ach, ich sehe schon. Außer Leichten gibt es hier nichts. Delivery Exit. Scheiße. Oh, was? Alter, was? Okay, das war also falsch. Wir müssen also rennen, weil er kommt gleich. Denk ich. Aber wohin? Ja, da kommt so Nebel. Okay. Okay, okay, okay. Wohin müssen wir denn? Oh, fuck it. Oh, fuck it. Holy fuck. Oh, krass. Oh, krass. Da ist von so einem Walker aber nicht viel übergeblieben. Und so hat er sich aus dem Staub gemacht und wurde zu Staub. Okay. Boah, was? Nein, wir müssen in die Notes. Tote Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Okay. Kommen wir jetzt da raus vielleicht? Ich schätze mal nicht. Das war also der Wallrider. Also eigentlich hat er uns verfolgt, aber dann hat er doch den... Dann hat er doch den Walker umgebracht. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Ich bin hier dran. Das kann doch nicht sein. Okay, wir müssen weiter gucken. Wir müssen weiter gucken, wo wir hin müssen. Wir haben anscheinend noch eine Aufgabe hier in diesen Bereichen. Oder einfach einen anderen. Was haben wir denn? Finde einen anderen Weg nach draußen. Ja, okay. Sehr. Sehr hilfreich. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Hier sind wieder die Büros. Gehen wir einfach mal zurück. Ich höre doch was. Ah, hier ist jetzt auf. Ich bin ein Alter-Cent. Ich bin einander als Dad. Aber irgendwie ist derjenige 번�schutz. Der Typ ist derjenige. Er nimmt mich vor. Er könnte denken, dass ich sein Vater. Er liebt mich, der Idiot. Sie wissen, was dieses Symbol ist? Es hat eine Nanohäzert. Hygroskopische Maschinen. Technologie, die wir seit Jahrzehnten hatten, aber noch nie haben. Wirkhoff hat, in meiner Forschung, eine Warkommand. Turning the cells and the human body into nanofactories. Es ist die natürliche Funktion der Cells, um zu produzieren, aber durch psychosomatische Direktionen, wir engenieren die Precise Moleküse notwendig. Mind über Body. Es war... ...foolisch und falsch, zu sehen, dass wir ihn kontrollieren können. Wir tun uns Mad Men zu machen, dass etwas so stark ist. Du musst ihn zu stoppen, zu... ...murder, Billy. Du musst ihn auf seine Lebensversorgung, seine Anastasien. Du musst ihn zu tun, was ich habe getan. Keine Ahnung kann aus dem Ort, wo er leben kann. Du musst ihn. Okay. Finde Billy im Hauptlabor. Ah, ich verstehe. Okay, die haben also irgendeine Maschine gebaut, die sie mit Geisteskranken... Warum kann ich das nicht nehmen? Die sie mit Geisteskranken irgendwie... Ah. 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 Gut gemacht. Das war's. Ich würde weepen, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Er ist ein Kind mit einem Gehirn gedauert. Er hat die Macht von Gott gegründet. Das würde jeder von uns in einem Monster machen. Du musst das enden. Wir alle müssen hier sterben. Merkhof wusste die Gefahr. Aber sie wusste nicht. In der Kooperation, sie waren nur Dollar in einem Ledger. Und die Prophets, Projekt Wallrider promised, was übershadowed, whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to, he will spread if you don't stop him. The morphogenic Ancient is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here, this or death, more than anything I won't rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Okay. Also, dieser Billy, dieser erste, dieser Patient 1 quasi, steuert also die Nano-Maschinen, die jetzt der eigentliche Geist sind. Okay, es ist erklärbar. Das finde ich ja jetzt schon mal gut. Ah ja, okay. Da müssen wir hin. Und wir sollen jetzt töten, weil... Weil wir sowieso nicht mehr hier rauskommen. Da ist jetzt wieder zu. Ich, äh, hab irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. So, da sind wir hergekommen. Also bisher, alles ziemlich stimmig. Was so die Story angeht. Also hier gibt's ne Menge Leichen. Ach, wir sind zu duschen. Ah, was haben wir da? Kamera? Ah. Wie steht's eigentlich um die Batterien? Neun von zehn. Ah, vielleicht filmen wir ja noch eine. Hm. Hier nochmal gucken. Okay. Okay, hier kommen wir raus. Gucken wir da auf die Dach. Okay, es wäre derselbe Weg gewesen. Hier nochmal eben gucken. Hier sieht's ja auch so aus, als ob man hier wieder nur einen kleinen Umgang machen könnte. Vielleicht finden wir noch ein paar Journals. Aber ich glaube, die Story steht jetzt so mittlerweile. Hi. Ah, wir kommen hier in die Cafeteria. Oh Mann. Heute gibt's Hackbraten. Lecker. Keine Batterien für mich. Okay, hier gibt's, hier gibt's definitely nothing. Wir sind im Block B. B wie Billy. Da können wir nochmal kurz auf dem Damenklo vorbeischauen. Das machen wir jetzt auch mal. Kopf ab. Ah, der Rest fehlt auch. Okay. Oh, das erste Mal, dass hier Wasser drin ist. Aber auch hier keine Batterie. Sonst keine Secrets. Ich sehe schon, wir werden zum Ende getrieben. Da müssen wir nach links, glaube ich. Okay, da geht's nach Billy. Dann gucken wir nochmal eben hier nach. Hier gibt's nur einen Kühlraum. Sonst gibt's hier anscheinend nichts. Schade. Es wird immer blutiger. Echt. Aber ne Leiter steht hier. Also wenn wir irgendwo rauf müssen. Oh, was? Du schon wieder? Oh, was? Warte mal. Du willst das aufhalten, ne? Oh fuck. Warte mal, warte mal. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her, ey? Das war so nicht geplant. Da guckt man so lange rum und denkt, what the fuck, wo muss ich hin? Also wir machen diesmal ein bisschen Tempo. Wir haben hier alles abgesucht und nichts gefunden. Wir müssen also da rein. Da kam der wahrscheinlich raus. Ah, ne, da bist du. Hier ist doch überall zu. Okay, da kann ich aber rein. Okay. Hier wird man wieder gehastet. Deswegen nix. Wie komm ich denn da rüber? Ich hoffe, er... Okay, man muss sich derbe weilen hier. Okay, okay, okay. Mensch, Billy. Lass mich doch in Ruhe. Okay. Komm wir hier durch. Ich hoffe, er nimmt auch die Treppe. Batterien. Zwei Stück. Nein, weg. War es das wirklich wert? Werden wir noch sehen. Ach, ach so. Reinigung. Yeah. Los. Oh Gott. Okay, scheinbar kommt er nicht hinter uns her. Ich komm aber raus. Komm wir hier raus. Ne, ist kaputt. Okay. Mensch, Billy. Okay. Ich würde sagen, weiter gehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich bin echt schon gespannt, weil ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Schauerland. Zurück zu Outlast. Wir nähern uns immer weiter dem Kern der Story und haben jetzt die Aufgabe, Billy zu vernichten oder abzuschalten. Oder was auch immer wir da tun können. Wir sind schon, denke ich mal, ganz dicht dran. Jetzt sind mittlerweile Block C, ist ja schon wieder eine Aktie. Die können wir gleich... Mann, ist das laut hier. Und Billy hat uns gerade hart verfolgt. Ich hoffe, den sehen wir nicht so schnell wieder. Jetzt gucken wir mal eben hier in das Journal. Götter und Monster. Nein, Götter und Monster. Zurück, 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 zurück. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater... Äh, an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008. Rudolf Wörnecke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie ihn nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigung, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay, Sie haben also Billy irgendwie auch angebetet oder was? So, wir haben übrigens gerade noch Batterien aufgesammelt in der letzten Folge. Wir sind jetzt 10 von 10. Ich habe gehört, bisher hat das nur ein anderer YouTuber geschafft. Und damit... Äh, kann ich jetzt brauchen? Ich habe auch noch 10 Batterien. Und wenn das hier so hell bleibt, dann brauche ich die Batterien nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Das wird nicht so sein. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Ich habe den Hackerraum gefunden. Fuck it. Ah. Okay. Das scheint unser Billy zu sein. Nice. Wir haben ja auch eine Minute zu wieder gepfricht. Wönnekes Maschine. Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufer-Moleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken. Wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn. Setze alle am Ende. Alle am Ende. Alles am Ende. Äh, bäh. Ja, töten. Schön, hier kommen wir rein. Das ist sehr nice. Das finde ich gut. Und ich bin gespannt. Ah, ich hatte die Spannung ein bisschen aufgerechnet. Ich bin hier noch ein bisschen in Suche. Aber ich glaube... Drehe das Ventil für die Nährflüssigkeitsbehälter zu. Ganz einfach. Du bist also Billy. Und wir kriegen eine neue Note. Ach, du armer, du armer Mensch. Billy Hope. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Okay. Was? Was ist das da denn? Da ist nur rot. Ei. Das sind anscheinend die anderen Testsubjekte, hm? Okay, jetzt muss ich hier mal eben gucken. Ein paar sind schon geflohen. Ein paar sind einfach nur... Puff. Shit. Okay. Huch. glatt über das Kabel gestolpert. So. Nährflüssigkeit. Was haben wir denn hier? Life Support, äh, Fluid Reservoir. Da müssen wir hin. Aber da hinten war, glaube ich, auch noch eine Tür. Ach, Billychen. Was haben wir denn hier? Sublub Generator. Guck mal erstmal hier. Ach, eine Batterie, die ich leider nicht aufnehmen kann, weil ich ja bei 10 bin, um es noch einmal zu erwähnen. Ich glaube, so eine große Kunst ist das auch gar nicht. Deswegen erwähne ich es jetzt auch nicht mehr. Gut. Puls in Ordnung. Oh, Hirnaktivitäten. Frequenz... Oh, eine Akte. Die hätte ich ja glatt übersehen. Ein Glück habe ich hier nochmal geguckt. Okay. Ein Journal. Markov Psychiatric Systems, morphogenischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angerichtete, oxygenierte, perfubla, Nährungsflüssigkeit weiter, muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt. Die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Aber wenn hier keine Leute mehr arbeiten, die das Ganze warten können, was passiert dann? Gehen wir erstmal hier ein Stück weiter. Billy hat auch hier rumgetobt. Ich schätze mal, Billy kommt überall hin. Das macht mir doch Sorge. Das sieht mir sehr nach lebenserhaltenden Maßnahmen aus. So. Okay. Matsch, matsch. Hier läuft man wieder im Dreck rum. Warum muss man einmal quer durch den ganzen Raum gehen? Warum kann der Schalter nicht direkt am Eingang sein? Warum? Ah, okay. Irgendwie hatte ich es im Gehirn. Das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber. Sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions. Um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt. Alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Gut, ich habe es kapiert. Billy muss sterben. Kill Billy. Dann machen wir das doch mal. Ist bestimmt ganz einfach. Wir müssen nur irgend so ein Knöppchen drücken. Und fertig sind wir. Eben hier gucken. Einen potenziellen Fluchtweg. Ach, da ist das Ventil. Das sollten wir ja abdrehen hier. Do not turn the valve. Warning. Do not turn the valve. Denn sonst. Ich kann es nicht lesen. Weil hier die Schrift. Interruption supply will cause significant pain in the patient. Disrupted experiment. Okay. Schmerz wird den Patienten stören und das Experiment abbrechen. Das haben wir vernommen. Aha. Ein Glück. Aber ob jemals alle Journals gefunden wurden, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Ich werde später mal in die Statistiken von Steam gucken, ob ich da was finde. So, aus dem Potenzial und der Titel von Dr. Werniger Frankenstein oder der moderne Prometheus. Das ist von, so anonym veröffentlicht, Kapitel 4 Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann. Und um wie viel vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist, als der Marktflecken, darin er geboren ward. Der Marktflecken. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da sterbte, strebte, strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Okay. Werniger hat also gecheckt, dass das alles nicht so eine ganz gute Idee war, glaube ich. Warum machen die das dann? So, Final Chapter. Wir drehen das Ventil. Und ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Okay, jetzt müssen wir doch den Generator ausschalten. Das klingt nach Schmerz. Die Frage ist, wie wir zu dem... Da ist jetzt wieder auf. Ich habe doch zugemacht. Gehen wir einfach mal hier lang. Die Frage ist, wie wir zum Generator kommen. Engine Chambers. Ja, hat sich hier zugemacht. Kann natürlich auch sein. Oh! Was? Ach, da oben vielleicht. Vielleicht jetzt da oben. Versuchen wir es einfach mal. Sublet Generator. Ja, ja. Unterirdischer Generator. Wie der Name schon sagt. Oh nein. Du bleibst schön da. So, äh, äh. Achso. Achso, hier. Ja. Wir müssen wieder rennen. Er folgt uns immer noch. Und dann... Natürlich rauf. Was auch sonst. Wäre da doof, wenn man jetzt einfach nur geradeaus gehen könnte. Wir hetzen einfach mal die Treppen hoch. Lalalala. Lalalala. Mach schon die Treppen hoch. Nur nicht stolpern. Ich hoffe, Billy wartet nicht oben auf uns. Ich kriege gleich einen Dreh von mir. Es wird dunkel. Ein Glück haben wir die Kamera noch da. Oh ja. Ein Glück. So, rechts, links. Ich würde sagen, hier hin. Der Musik zur... Oh, 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 oh. Wir werden immer noch verfolgt. Okay. Okay, okay, okay. Uh. Hier kommt er anscheinend nicht durch. Wir sind also wieder oben. Okay. Uh. Was ein Ritt. Ich glaube, wir sind am Generator und eine Akte wartet wieder auf uns. Wir werden jetzt verwöhnt mit Akten. Da habe ich schon richtig Angst, dass ich viele Akten verpasst habe. Anbei finden Sie das Formular der Forschungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merkow Wohltätigkeitspsychiatrie-Programm im Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wönecke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Oh, nice. Einfach ein Sicherungskasten. Es ist vorbei. Notfallsystem. Ach so, Notfallsystem deaktivieren. Wo finden wir denn das? Ich dachte, ich hätte ein Ziel erreicht. Okay, wir müssen anscheinend wieder zurück. Der Kerl hat auch noch ein Notfallsystem. Das heißt, hier rennt er auch noch rum. Ich vermute mal, wir müssen einfach erstmal wieder zurück. Äh... Ist er jetzt in der Nähe? Was? Scheiße! Hart, hart, hart. Wir sollten uns beeilen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Schalter für das Notfallsystem finde. Aber ich schätze... Ich schätze, das hat definitiv zu lange gedauert. So, die Türen sind jetzt freundlicherweise wieder auf und das Erste, was ich natürlich mache, ist, die Tür zu machen. Und die auch. Und tschüss. So, Notfallsystem. Wo könnte das denn... Wo könnte sich das denn befinden? Erstmal wieder hier raus. Notfallsystem könnte hier sein. Wieder zurück vielleicht. Nein, falsch. Ah, okay. Ah, okay. Aah! Was ist da gerade passiert? Versuche zu entkommen Das sind ja schon tolle Aussichten Oh, ich hinke Oh, ich bin aber hart mitgenommen Da ist nicht mehr viel drüber geblieben Von Billy Okay Hopps tot Billy ist tot Der Wallrider, der Schwarm Was es auch immer ist Ist mit ihm verschwunden Egal ob ich entkomme oder hier sterbe Ich bin frei Was ein Glück Okay Ausgang Ja, wenn schon der Weg so langsam ist Das sah aber gerade irgendwie so aus Als ob er in uns In uns reingekrochen ist Oder so Ich hoffe nicht Warte mal Ich glaube da müssen wir da raus Oder müssen wir da raus Ist da jetzt auf? Da sind wir doch gerade Da waren nur die lebenserhaltenden Maßnahmen drin Okay, da müssen wir wahrscheinlich wieder zurück Er kann jetzt auch nur hinken Er kann nicht mehr rennen Okay Keine guten Voraus Der Zunge Ach, er lebt aber immer noch Okay Aber ich habe es geschafft 10 von 10 Ist doch ja nichts mehr Okay Quäl dich noch die Treppe rauf Aber irgendwas ist hier doch noch Okay Wir sind kurz vorm Ende Nicht, dass wir jetzt einfach hier zusammenklappen Und tot sind Okay Ich dachte hier gibt es noch was Deswegen habe ich da noch mal kurz vorbeigeschneut Was war das? Bricht hier jetzt alles zusammen? Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendwas Schlimmes kommt Sind wir in einem Eigentlich in einem Salzbergwerk oder so? Das wird aber ziemlich lang gezogen hier Scheiße Oh, Rettung Warum? Ich bin der Gute Der wird Okay Das Ende Red Merrits Francis Bross Regine Charpentier David Chatonow Patrice Coté Hugo Delery Mathieu Coté Ist das Franzosen? Timi Hellman Patrick LaLonde Philipp Reus Und so weiter Ich kann es nicht so schnell vorlesen Was für ein Spiel Oh mein Gott Also echt Für ein Indie-Spiel Richtig gut gemacht Richtig geile Animation Geiler Sound Super Story soweit In sich schlüssig Also ich bin echt begeistert Ihr hattet recht Ihr hattet recht Dass das Spiel gut ist Es hat mir wirklich sehr gut gefallen Und ich kann es jetzt eigentlich kaum erwarten Dass Das DLC zu spielen Büsse Blau Und hoffe Dass das genauso gut ist Obwohl das echt Kalt ist Zwischenzeitlich Gewesen Also ich habe mich echt gefragt Ob man das Auf YouTube Aufladen kann Aber Macht ja eigentlich jeder Deswegen hoffe ich einfach mal Dass das alles so erwarten ist Na gut Ich würde sagen Ich Ich brauche jetzt erstmal Ruhe Ich habe jetzt Das ist ein Spiel zum Nachdenken auch Das ist ein echt fertig Und zum Schluss Vor allem zum Schluss Kam ja noch diese Jumpstairs Da ist so viele Da im Kino und so Also Kann man sich nur kaufen Kann man Kann man nicht anders sagen Wenn ihr es noch nicht habt Wenn ihr es noch nicht Selber gespielt habt Kauft es euch Macht es Ich glaube so teuer ist das auch gar nicht mehr Mittlerweile Joa Dann würde ich sagen Genießt noch den Abspann ein bisschen Ich kling mich aus Und wir sehen uns dann Im DLC wieder Whistleblower Bis zum nächsten Let's Play Ciao Ich klinge mich aus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020